Alright, es ist Samstagabend, ich hab nichts zu tun, also spielen wir mal eine Siedler-3-Kampagne. Ich hab noch keine von denen irgendwann mal komplett durchgespielt. Das ist wirklich überfällig und deshalb fangen wir mit den Römern an. Mal sehen, wie lange das dauert. Die erste Mission ist auf jeden Fall ein Witz. Gestern noch war ich Kapitän eines Handelsschiffes, bevor die See... Sie sollten nicht lange herumtrödeln. Ja, machen wir auch nicht. Ganz ehrlich, wir haben 67% Kampfkraft, das hab ich selbst als Kind. Ich hatte sehr kurze Zeit lang als Kind Siedler-3 auf dem PC. Tatsächlich nach Siedler-4. Und ich hab selbst da schon rausgeregt, dass ich einfach rüberlaufen kann. Ich verstehe nicht, warum wir hier in der ersten Mission direkt Gold haben, nicht mal wenig. Das sind ja sieben Stapel. Warum wir so viel direkt am Anfang kriegen. Also, man könnte fast meinen, das wäre noch ein Überbleibsel aus der Testphase des Spiels. Weil die KI ist hiergegen einfach komplett machtlos. Wir spielen natürlich mit Settlers United und den entsprechenden Modernisierungen. Ich meine, ein paar davon sind, glaube ich, immer noch im Multiplayer ein bisschen kontrovers. Aber ich bin kein Masochist, der jetzt sich extra im Singleplayer-Handicapt. Wollt ihr nicht vielleicht mal angreifen? Hallo? Die haben gerade nicht richtig angegriffen. Wie war das? Sperrkämpfer können Türme erobern? Das war wesentlich knapper als gedacht. Aber die 4 werden das jetzt hoffentlich schaffen, den einen da zu töten. Hallo, Cap. Was zur Hölle tut ihr? Man sieht die Überlegenheit von Siedler 3 gegenüber Siedler 4. Da würde sowas nicht passieren. Hat zwar seine eigenen Probleme, aber das funktioniert. Das war das Spiel. Das war das Spiel. Wir hatten die Insel erobert. Wir hatten den Feind vertrieben. So. Gibt es wieder Sperrkämpfer in eurem Siedler? Äh, Colonia Prima soll Sperrkämpfer haben. Ja. So, was hatten wir hier zum Start? Äh, wir haben aus irgendeinem Grund Diebe. So, ihr könnt mal hier ein bisschen was bauen. Wir brauchen auf jeden Fall direkt mehr Siedler. Wir haben ein Forsthaus. Das sollte aber eher da oben arbeiten. Wir haben einen Stein mit. Wir brauchen auf jeden Fall wieder... Man muss hier viel mit Anderholzfällern arbeiten. Das ist auf jeden Fall etwas, was man sich gewöhnen muss. Gerade in der Ägypterkampagne kann man sich ziemlich leicht rippen, wenn man das nicht macht. Wir haben eine Eisenmine, eine Kohlemine. Wird das ein S3 Speedrun? Nein. Kann ich gar nicht, weil ich die meisten Missionen ja gar nicht kenne. So, die Werft wollte man sich schon... Ach stimmt, die Werft... Genau, die Werft kann ja... Sollte man sich vielleicht mal merken für Holonia prima, dass man vielleicht die Werft auch wirklich theoretisch überall bauen kann. Dass die nicht direkt an der Küste sein muss. Pass auf. Einfach, dass der Platz schon mal geblockt ist. Wir haben hier Äxte, Sägen und Spitzacken. Sehr gut. Sehr gut. Watchstreak. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. So, noch so ein Ding, woran man sich als Siedler-Dreispieler gewöhnen muss, wenn man von Siedler-Vier kommt. Man hat innerhalb seiner Grenzen nicht automatisch Vision. So, hier. Großwahl. Wir machen direkt noch ein paar Pios. Haben wir schon Biologen? Nein, haben wir nicht. Hydrieren, das ist eine gute Idee. Ich muss unter Umständen aber gleich noch Wasser holen. Das Ding ist, die Blöcke verschwinden, wenn es zu lange pausiert ist. Beziehungsweise, ich glaube, wenn es planhaft planiert ist. So, Freunde, ich bin froh. Danke für den Raid. Ich muss mich dran gewöhnen, dass wir Soundalerts jetzt haben. So, pass auf. Ihr helft mal da. Willkommen zum Stream. Wir machen gerade ein Siedler-3-Longplay. Mehr oder weniger blind. Also, die ersten paar Missionen kenne ich, aber ich habe es nie komplett gespielt. Was echt unerhört ist, wenn man bedenkt, was ich für Siedler-4 schon alles getan habe. Zeit für Blastro-Schütz noch, wenn es das falsche Game ist. Ja. Absichtler-Neue-Allianzen gespielt. Weiche! Schande! Wo ist die Glocke? Wo ist die Glocke, wenn man sie braucht? Was ist denn der Sounder? Da hat aber keinen Sound hier zugeführt. Also, ich habe ihn auf jeden Fall gehört. Da kam bei euch nichts dran. Also, es gibt nichts, was ihr jetzt mit Bits auslösen könntet oder so. Oder mit Kanalpunkten. Das habe ich nicht eingerichtet. Es gibt nur für, ähm, Subs. Wenn jemand mehrere Subs verschenkt und halt, ich glaube, Raids habe ich. Okay, da ist Kohle. Spiele viel zu langsam. Das Ding ist, ich finde es in Siedler-3 viel, viel schwerer, einen Überblick zu behalten, welche Rohstoffe man besitzt. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist ein Weingut. Und was wir auch mal irgendwo brauchen, ist ein... Habe ich ein zweites Sägewerken? Ja, habe ich. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich es gebaut habe. Da ist eins. Wo ist das zweite? Ach so, genau. Das zweite ist hier drüben. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall eine Fähre. Fähige Unterschiede gibt es abgesehen von den Völkern zwischen drei und vier. Äh, es gibt ein paar. Man upgradet Soldaten auf eine andere Weise. Weil hier muss man dafür zwingend Mana produzieren. Äh, Kampfkraft verhält sich anders. Äh, die Sprünge zwischen den Soldaten-Leveln sind nicht so groß. Und ich muss auch sagen, ein paar Zauber sind auch wirklich besser. Also, zum Beispiel der Teleport-Zauber von den Asiaten. Also, ich finde, das ist das, was die Mayas in S4 haben müssten, damit der Zauber halt wirklich game-changing ist. Weil Bann ist halt wirklich in erster Linie so ein Rush-Tool. Und, äh, und, und, wenn du halt stattdessen die dann verbündete Soldaten zu dir porten kannst, ist das halt extrem praktisch. Problem ist auch hier, du kannst nirgendwo was bauen. Ich meine, das ist jetzt auch eine winzige Map, aber es ist schlimm. Ich habe jetzt leider nicht mehr das Verhältnis im Kopf vom, äh, Weingut zum, äh, zum Tempel. Ich sehe gerade hier auch nirgendwo was, wo ich, ja, hier theoretisch, ne? Aber ich habe nicht viele Chancen hier irgendwo mal Sägewerke zu bauen oder irgendwas zu bauen. Ich verstehe nicht, wie Leute es echt hinkriegen. Das habe ich ja auch bei der, letztens bei der Lärm gemerkt. Irgendwie schaffen es die Leute hier einigermaßen sinnvoll geplante Siedlungen zu bauen, wo die Sachen auch wirklich sinnvoll nebeneinander stehen. Und am besten auch nicht alle auf roten Punkten. Ich kann das irgendwie nicht nachproduzieren. Ja, wie gesagt, gut, die Kampagnen sind nochmal so ein Sonderfall. Das ist einfach schlimm. Da spielt der Siedler und fast sind, äh, das war für den Zuschauer da. Ja, man muss aber auch dazu sagen, nach der Supreme Commander Runde gestern, so, ich habe heute nicht gespielt, aber ich habe mich nochmal viel mit den Sachen befasst. Inzwischen meine Build Order gestern waren auch, äh, also vom Prinzip her okay, aber halt nicht auf die Maps, äh, korrekt angepasst. Also man will eigentlich immer die ersten, die richtigen Gebäude, die man haben will, sind eigentlich immer die gleichen, aber halt die Reihenfolge variiert. Deshalb habe ich zum Beispiel definitiv nicht, äh, nicht gut ausgenutzt. Und generell, ich habe jetzt sogar noch ein Hilfeangebot von einem, äh, Spieler bekommen, der ein 1200er Rating hat. Muss ich mal gucken, also, das ist schon mal, aber sowas ist halt praktisch. Weil, ich finde so, gerade so, solche Titel leben halt auch eigentlich davon, dass man das halt, wenn die auch dann neue Spieler auch ein bisschen an die Hand nimmt. Weil es geht ja auch um die Community und solche Sachen. Ich meine, das hat Siedler zum Glück auch. Also, ich bin der, äh, bin der Erste, der sagt, dass Siedler-Community teilweise sehr toxisch sein kann, aber man muss auch dazu sagen, wenn da jemand um Hilfe bittet, die bekommt er auch. Ist da ein Gegner auf der Map? Ja. Hier oben auf der, auf der Insel. Frage ist, wie aggressiv wird der sein? Macht mal eine Burg. Und was wir brauchen werden, ist eine Kaserne. Aber die will ich hier oben haben. Weil dann kann man nämlich die, die Einheiten direkt da produzieren. So eine Anlegestelle brauchen wir dann später auch noch. diese Position hier darf ich nicht verlieren. Ich weiß nicht, ob das passieren kann. Als ich das letzte Mal gespielt habe, konnte das tatsächlich nicht passieren, weil, ja, die KI einfach zu passiv war. Aber theoretisch zumindest. Habe ich noch eine Angel? Ich sehe drei Sensen. Das Ding ist halt auch, das ist auch so ein Ding. Die Glatt 3, das dauert zehn Minuten, bis eine Getreidefahne das erste Mal erntet. Also da kannst du halt nicht mal eben spontan sagen, ich baue jetzt, äh, baue jetzt sowas. Dürfte. Sag mal, kannst du mir mal erklären, wieso du ein, gar nichts hier am Angeln bist? Und im Fluss gibt es hier, glaube ich, auch keine Fische in S3, da war was. Die werden euch was an Waren. Ja, doch, man muss hier, hier in den Lagerbestand gehen. Stimmt. Doch, wir haben, wir haben Angeln. Okay, wir haben sehr viele Angeln sogar. Wobei ich, die liegen zum Teil hier, ne? Zwei liegen hier. Ganz ehrlich, ist das überhaupt sinnvoll, hier unten zu bauen? Da ist kein Platz, die sind keine Rohstoffe. Also außer Mana jetzt. So, wir nutzen, können auch hier das Prio-Tool nutzen, was neu mit Monetisierung ist, weil hier dürfte das Eisen wesentlich erfolgreicher sein. heute macht man bitte das Haus fertig. und wir haben zu wenig Siedler. Du findest keine Bäume. So, hier können wir euch mal ein Vision. Ihr macht da weiter. So. So. Da rennt ein Siedler rum. Das ist ein Dieb gewesen. Der tarnt sich. Die KI setzt tatsächlich Diebe so ein bisschen Alibi-mäßig hier ein. Und ja, die Mine dürfte eigentlich so funktionieren wie auch in S4. Wäre seltsam, wenn nicht. So, wie sieht's aus? Also wir können natürlich direkt dann auch L2 produzieren, bis wir Waffen haben. Ganz ehrlich. Ich reiß das Forsthaus ab. Bis ich das hier alles entwaldet habe, ist das, bin ich alt. Noch so ein Ding, Priorität funktioniert anders. Aber das war jetzt einfach erforderlich, dass das hier zu Ende gebaut wird. Hä? Hatte ich mir doch gerade ein Bettenproblem geschafft damit? Shit, dann war das total gewastet. Habe ich schon ein Wasserwerk? Da sollte ich vielleicht nicht den einzigen Ort verbauen, wo ich ein Wasserwerk errichten kann. Also wir brauchen zumindest mal langsam eine Eisenschmelze. Boah, macht hier bitte mal sauber. Das ist absolut schlimm, wie lange die Bäume da bleiben. Da müssen wir eigentlich auch Lager bauen, das geht nicht anders. Wozu man aber natürlich erstmal einen Platz haben müsste, wo man ein Lager bauen kann. Komm, hier werde ich wahrscheinlich nichts anderes bauen. Flage denn als Schuh für Siegler? Ja. Ja, absolut. Ja. Hier ein großes Wohnhaus hin. Ich glaube, ich baue immer noch notorisch zu wenig Steinmetze. Ja, mit dem Platz ist das echt, echt schlimm hier. Aber wie gesagt, die KI ist, glaube ich, ziemlich passiv hier. Wir müssen halt gleich nur hier Siedler haben, damit wir auch schön gleich die Soldaten raus spammen können. Ja. Ja. Komm schon, sag mir, ob ich... Ja, ich kann sogar schon den ersten Soldatentypen upgraden. Wir haben natürlich manuelle Rekrutierung. Wir haben keine Siedler. Doch, haben wir. Die Nachrichten, wie das funktioniert, ist auch leider eine Katastrophe, finde ich. Also die ganze... Also, was UI angeht, ist Siedler 4 einfach vorne. Also, ich hoffe wirklich, das fände ich sehr sinnvoll, auch gerade um den Übergang für Leute, die beides spielen, ein bisschen zu erleichtern, ist, wenn man wirklich es schafft, vielleicht hier den Teil noch ein bisschen zu nutzen für ein paar von den S4 UI Features. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass S3 Spieler da manchmal ein bisschen elitär sind. hat das gemacht. Spiele aufregend Globalmenü. Ja, das stimmt schon. Wobei es halt auch nicht abwechselnd macht. So, machen wir bitte diesen ganzen Shit da weg. Das ist... Wobei es dauert noch ewig, bis die Bäume mal sich aufgelöst haben. Also, du kriegst auch so das nicht. Ja, das ist einfach schlimm. Dafür sind die Mühlen halt wirklich winzig. Das muss man echt mal sagen. Guckt euch das an. Selbst für S3-Verhältnisse, das, was ja recht streng ist, mit was darfst du wo bauen. Also, ich sehe so oft in Siedler drei Orte, wo ich denke, da muss doch zumindest ein kleines Gebäude hinpassen. Aber, nee, geht nicht. Wow, es hat einen Fisch produziert. Gut, wahrscheinlich ist direkt hier hingegangen. Fisch ist, ja, hier, komm, priorisierte Belieferung. Sie hat 88% Erfolgsquote. Rückwandlung von Tracerlisten. Ja, doch, da finde ich tatsächlich gut, dass man sie rückwandeln kann, weil sie ein S4 auch ein Werkzeug kosten. Nutzen für Schwefe, macht Schwefelsäure, lässt die Bäume auflösen. Das ist tatsächlich, das kannst du auch als Waffe einsetzen. Wenn du das als Waffe einsetzen kannst, wäre es echt cool. Hier, die KI kann auch gar nicht expandieren, weil die haben hier Steine hingeglasht. Ist ja absolut freundlich. Wir brauchen unbedingt ein Handelsschiff, damit wir hier gleich produzieren können. Ja, endlich. Dass wir mal wenigstens ein Gebäude bauen können. Den Wachtturm benötigen wir nicht mehr. Ja, dann passt jetzt auch deine Waffenschmier hin. Ich glaube, Wikinger würden nicht mehr Wachskämpfer nutzen, sondern kopieren die Säure schmeißen auf ein Volk. Nee. Vor allem werden wir wahrscheinlich auch für Kolonia Prima tatsächlich doch keine Wikinger haben, sondern Germanen. Wobei das auch nicht so viel ändert. Hi, Night, Frau, willkommen zum Stream. Was ich S3 hat echt lassen muss, es fühlt sich wesentlich cooler an, Level 3er zu machen. Einmal weil sie keinen Gold kosten und weil du halt dir wirklich verdienen musst, dass du sie machen darfst. Wenn wir noch eine Angegestelle dazu bauen, dann können wir auch die Werkzeuge hier da zurückschicken. Das könnte worth sein. So, ein Siedler dürfte sich dann auch gleich gehabt haben. Aber es ist so ein Ding, planieren und bauen, also die Bauarbeit ist einfach auch viel langsamer. Und gerade mit den Ägyptern bist du halt auch einfach nur am schaufeln. Schaufeln Ja, es ist ein bisschen langsamer und du kommst halt generell aber auch mit weniger aus, weil du halt keine Goldproduktion für L3 brauchst, sondern das Gold halt nur für Kampfkraft da ist. Ich glaube, die Vibration von meinem Handy hat man gerade bemerkt über die Tischschwingungen. Aber dafür, wenn man halt einmal, wenn es einmal ins Rollen kommt, dann läuft es halt auch richtig flott. Aber diesen Anfang effektiv hinzukriegen ist halt schwieriger. Aber ich muss sagen, ich habe ja echt so ein bisschen Blut geleckt seit meinem RTS-Video und deshalb überlege ich halt wirklich, ob ich... Aber ich weiß noch nicht, wie ich es zeitlich regeln will, dass ich jetzt praktisch mehr oder weniger regelmäßig halt wirklich auch einfach RTS-Games streame. Siedler 3, Siedler 4, Supreme Commander, Age of Empires. Einmal ist das natürlich halt seitlich von den Stream-Slots her so ein Ding. Das andere ist halt, dass ich halt dann versuche, 4-Gut, Supreme... Also, Supreme Commander lerne ich jetzt gerade. Siedler kann ich halt so grundlegend. Siedler 3 überträgt sich halt teilweise, zum Teil aber auch nicht. Die Geologen. Wieso hat der mir die vorhin nicht angezeigt, verdammt? Und Age of Empires habe ich gar keine Ranked-Erfahrung. Wenn man sich natürlich dann auch so aufteilt... Ich meine, klar, manche Skills transferieren sich. Zum Beispiel auf Scouting zu achten und so, aber... Ja. Es ist halt... Wird halt dadurch nicht einfacher. Machst du das Schiff jetzt mal bitte fertig? Ein Eisen brauchst du noch. Dann nimm mal bitte das Eisen. Hallo? Okay, er hat's. Ach, ich hab... Ich hab die Anlegestelle nicht festgelegt. Deshalb... So, jetzt hat er's. Und... Du machst die Anlegestelle irgendwo... Hier. Dann kannst du nämlich mal die ganzen Werkzeuge rüberbringen. Vor allem die Angeln. Ich hoffe, es wäre spannend, mit so vielen Spielen schwer zu lernen. Ja, also ich... Also gerade diese... Standard-Bild-Order. Ich hab auch immer so ein bisschen Angst. Also ich hab halt sehr wenig Erfahrung. Generell in... Online-Ranked-Letters, weil mich das eigentlich nie gereizt hat. Jetzt gerade bin ich aber auch einfach... irgendwie drin. Ich hab halt irgendwie mal so Angst, äh... dass ich nicht... besser werde, egal wie viel ich spiele. So, pass auf, wir bauen mal... ein Lager für Steine. Das machen wir mal hier in die Nähe von... So, kriegen wir hier noch irgendwo eine Werkzeugschmiede hin? Wobei wir die eigentlich nicht benötigen werden, ne? Ähm. Hallo? Ach, das war eine Fähre, die ich gebaut habe, ne? Natürlich klar, dass das nicht funktioniert. Aber wir können unsere Soldaten schon mal rüber schicken. Und jetzt sag ich, die KI ist so passiv. Wir sehen jetzt gerade mal die ersten Geologen von denen. Ah, ja. Wir haben das Problem wieder, ne? Wir müssen... Das ist, weil alt invertiert ist. Da ist Steuerung. Schiff. Boah, Leute, ihr könnt nicht ständig irgendwie verhalten in... Hallo? Hä, ist das jetzt ein Handelsschiff oder ist das eine Fähre? Also brauchen wir eine Fähre. Aber wieso... Aber wieso macht das halt... Legt der die... Jetzt die Waren... Nimmt der die automatisch an? Ich würde ja sagen, S4 hat's besser gelöst. Aber S4 hat's nicht besser gelöst. So, hier ist die Anlegestelle. Das Ziel. Da. Okay. Das war weird. Aber es ist cool. Man sieht, die waren auf dem Handelsschiff. Das ist halt auch was, was... Das ist einfach mega cool. Das ist halt auch schwer hinzukriegen. Weil du dich halt auch damit irgendwo einschränkst beim Design. Aber... Mach doch's bitte ein... Was? Das Ding ist, es ist aber auch fies. Ich hab das hier selektiert. Ich hab das hier suggeriert, dass das eine Fähre ist. Das ist genauso wie bei S1. Woher sollst du wissen, wenn du nur die... Hier, also wenn du nicht den Text hast. Woher sollst du wissen, was davon Werkzeug spielt und was eine Waffenschmiede ist. So. Und wir schicken... Waffen rüber. Ah, er schickt das Brot ja gar nicht an die Eisenminen. So. Jetzt. Jetzt, wo sich auch aus... Wo auch aus irgendeinem Grund jetzt mit 8 voll liegt. Was vorher nicht war. Vorher hat er nichts gefangen. Wir brauchen mehr Fächerhütten. Wir brauchen mehr Fächerhütten. Die Sensen. Ja! Ach, das ist... Hör mir auf. Das ist... Eine Katastrophe. Du nimmst den Baum mal da weg. Du räumst hier auf. Niemals Wahn absetzen lassen. Äh... Wo ist... Keine... Stadt? Ach, meins hier. Ähm... Ja, pass auf. Dann machen wir es einfach hier drüben. So, aber bei ihr geht jetzt... Genau, bei den Spezialisten müssen wir, glaube ich, gleich gucken, dass wir mit Alt schicken. Hier vermisse ich so ein Supreme Commander Feature mit dem... Mit der Fährenfunktion. Also gerade hier, finde ich, bräuchte man sowas, weil die Fähren ja so winzig sind. Ah, aber hat schon ein bisschen was produziert. Oder hatte ich schon Startwaffen? Boah, direkt alles auf Alt 2. Damit kann ich total leben. Ähm, pass auf. Dann bauen wir mal einen großen Tempel. Irgendwo. Ist eigentlich egal, ne? Ah, wobei eine von den Aufwertungen kriegen wir vielleicht noch. Gerade, wenn wir gleich den Tempel haben. Dann sollten wir vielleicht noch mal kurz warten, bevor wir Soldaten in Auftrag geben. Also gerade die Bogenschütze möchte ich zumindest auf L3 haben. Ähm... Ich habe es immer noch nicht geschafft, mal in einem Video über deine Masterarbeit zu reden. Das muss ich immer noch irgendwann tun. So, wir bauen einfach mal. Wir haben ja die Werkzeuge. Sonst gibt es ja eigentlich nichts mehr, was wir noch tun können. Okay. Also, ich weiß, ich weiß nicht. So, wir haben die große Geräusche. Wir haben die große Geräusche. Wir haben das, in der Tatjana, die wir nicht. Wir haben die große Geräusche. So, wir haben die Argh. Wir haben das Praut. Wir haben die große Geräusche. Ja, ich glaube, das Handelsschiff könnte verwirrt gewesen sein, weil es zwei Anlegestellen gibt. Ist das eine Kampagne? Ja, Römer Mission 2. Auf die diversen grafischen Bugs könnte ich aber auch verzichten. So, Gold ist hier leider eine absolute Mangelware. Müsste man, wenn eigentlich... Ich glaube, es macht tatsächlich, wenn mehr Sinn, das mit der Hand des Mieders zu machen oder was das war. Oder feindliches Gold erobern. Wobei, warte, komm. Ähm... Gold Erz. Machen wir den. Dann schicken wir die Angel nochmal zurück. Sind da zwei Gegner? Ja. Sind zwei. Ähm... komm, wir brauchen noch ein paar Steinchen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was mich die Goldmine kostet. So, wir haben L3-Bogis. So, wir haben L3-Bogis. So, wir haben L3-Bogis. Okay, der war noch nicht fertig. Ich dachte schon, wo ist der Priester? So, magisches Auge könnte man nutzen. Midas Hunt könnte man auch nutzen. Habe ich jetzt eigentlich noch ein Lager auf... Ne, habe ich nicht. Okay. Ah, wir werden hier später noch mehr Siedler brauchen. Ah, es ist praktisch, dass er hier direkt Stapel macht. Nein. Nein. Ich kann schluss. Ich kann es jetzt nicht ansehen, ob ich in der Maushaldeziers und in der Maushaldeziers kam selbst. Und das ist, dass wir hier auch mal nicht. Nein. Unternehmert. der marktplatz ist auch sehr winzig im vergleich so produktionsgebäude ich finde es immer schwierig zu erkennen was ist was signalisiert dass die option an ist und was dass sie aus ist als unbegrenztes lager für gold gerade mit modernisierungs features kann man das jetzt schön exploiten so wir brauchen unser unser mana schneller so und hier unten können wir jetzt noch mal normal holz bauen so ihr bringt das gold erz okay das ist natürlich jetzt ungünstig dass das so dominant ist stimmt ich glaube das ist doch sogar so ein ding du kannst glaube ich mit deinen fairen verbündete einheiten transportieren was s4 so da bin ich mir ziemlich sicher dass es nicht geht ich habe zumindest noch nicht erlebt dass das jemand gemacht hat aber das ding ist der priester nimmt dann die gestalt von vom volk der des fairen besitzers an das wurde mir nicht mal erzählt dass wird das teilweise mit amazon ließ dann ausgenutzt wird super jetzt reagiert er kann ich da drauf kann ich irgendwie die priorität einstellen weil das ist jetzt irgendwie nur zweite priorität handel priorität geht auch das schiff kann nur für einen hafen arbeiten aber funktioniert das wenn ich jetzt ein zweites schiff baue dass die sich das auch dass das ordentlich läuft theoretisch ja auch das klingt ja schon klingt ja schon herz aller liebst nicht die 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 Untertitelung. BR 2018 Was ich auch seltsam finde, ist, dass S3 tatsächlich bis Settlers United kein Sammelpunkt-Feature für Kasernen hatte. Das ist eigentlich ja so ein Basic-RTS-Feature. Da bin ich schon aus allen Wolken gefallen, als ich festgestellt habe, dass das eine Neuerung ist. Okay, ja, das liegt voll. So, es gibt Fleisch, sehr gut. Das ist leider echt so ein Ding. Deshalb haben wir das ja auch, also haben wir das für Colonia Prima ja auch vor. Siedler 3 hat das schon richtig so gemacht. Aber S4 hätte eigentlich die Lieblingsnahrung von Gold- und Eisenminen tauschen müssen. Also das Goldminen, das die Fleisch haben wollen. Weil mit der Konstellation, die S4 am Ende hatte, war es halt nicht echt so, dass Eisen der unwichtigste Rohstoff ist, aber die teuerste Nahrung haben will. Um 96%, dann gibt es Schwertis. So, macht er das jetzt? Leute, ihr könnt nicht beide für den gleichen Hafen. Ja, es hat total viel gebracht mit dem Gold, er hat. Ich muss das Schiff oben zur Hafen stecken, aber es reagiert auf keinen Befehl mehr. Also keines von den beiden Schiffen reagiert auf Befehle, weil sich beide jetzt hier an den Hafen gesetzt haben. Und ich habe hier sogar Handel Priorität eingestellt, also man würde meinen, dass... So, pass auf. Ja, jetzt mal. Ah, super! Schiff-Parf-Finding. Hallo? Sag mal. Wieso gar nicht das Rekrutierungsmilieu nicht aktivieren? Jetzt ist er schon wieder zurückgefahren. Wegen so einer Scheiße mag niemand Inselkarten. Moment, ich habe hier vorhin alle Aufträge extra rausgenommen. Warum? Jetzt möchte ich aber auch das Gold zumindest noch... Oh, okay. Und schnell verarbeiten. Schnell und erst dran geht nicht zusammen. Gut ist nicht. Aber ich werde jetzt immer den Instinkt haben, wenn ich mit einem Förster starte, den direkt abzureißen. Einfach weil... Hier, ich habe jetzt die komplette Karte gerodet. Braucht man zwingend Esel für... Für den Transport innerhalb der Grenzen? Aber dann funktioniert der Trick gar nicht. So, dann bestimmt sind wir jetzt schon mal 50% Kampfkraft. Wenn wir Glück haben... Bleiben jetzt die beiden Häfen auch bei ihren... Also bei ihren Sch... Also Schiffe bei ihren Häfen. So rum. Verdammt. Ist jetzt... Wird das Verhalten invertiert mit Alt oder nicht? Wo ist mein Priester hin? Ah... Er hat einfach nichts gemacht. Jetzt wähle ich mir noch einen Convert rein und gut ist. Wie sieht denn diese Missionen... Das Problem ist halt wirklich... Eigentlich nur die ganze Frickelei mit den Schiffen. Das ist das Einzige, was diese Mission schwer macht. Bei der nächsten Missionen weiß ich auch gar nicht, ob man die verlieren kann. Weil ich nicht weiß, ob die KI die Siegbedingungen, die sie hat, überhaupt anstrebt mit dem Gold sammeln. Okay, unter Umständen wollen wir vielleicht gleich noch ein Lazarett haben. So, Farbfeuerberg. Weil ich glaube, ein Siedler 3 dauert das ein bisschen länger, ne? Das ist mir auch auf der LAN erst bewusst geworden. Also auf der letzten, auf der zweiten. Multiplayer, die Siedlung, wenn ein Spieler ausscheidet, die produziert weiter. Also kannst du dir keine Befehle mehr geben, aber das, was noch übrig ist, produziert. Das ist nicht schön. Ja, das ist schon satisfying mit dem Feuerwerk. Kann man nicht anders sagen. So, pass auf. Wir machen mal kurz hier Papillos. So, wir haben jetzt auch T3 Speris. So viel es auch bringen mag. Dann können sie sich noch den ganzen Shit von hier holen. So, wir müssen uns hier probieren. So, kann ich ihn? Nein, ich kann ihn. Es gibt keine Steuergruppen in Siedler 3. Hallo? Ah, der braucht immer noch drei Steine. Aber es sieht schon so fertig aus. Okay, bis auf das Dach da vorne. Ich weiß auch nicht, warum sie auf so einen Sound verzichtet haben. Oder vielleicht gibt es ihn auch und man hört ihn einfach nicht, weil die Lautstärke zu niedrig eingestellt ist in S4. Die Sounds sind ja alle irgendwie ganz komisch balanciert. So, 69%. Das ist doch nice. So, ich weiß nicht, wie es ist. So, sollen wir da mal einen Convert reinhauen? Na, das hat jetzt auch nichts mehr gebracht. Ereignis nicht auslösen. Da, hier können wir einen guten Convert reinhauen. Als er das jetzt nicht auch versucht. Warte mal, kann sogar Priester konvertieren? Das ist schon bastelt. Gut, ich glaube, es gab auch in ganz alten S4-Versionen wohl einen Bug, dass Soldaten in Türmen konvertiert werden konnten. Und ich wüsste zu gerne, wie das aussah. Na, super. Und hier haben sie natürlich jetzt 12-Fall mit L3 an. So, dann macht mal eine Siedlerstraße. Äh, eine Pio-Straße so rum. Jetzt schwächeln sie hier auf den letzten Metern. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Wie war das? Die Bogenschützen können nichts angreifen, was direkt an der Tür ist, ne? Das ist natürlich praktisch, wenn es nur ein Turm dann ist. Ja, die schießen auch auf alles, bis auf die Soldaten, die sie versuchen zu töten. Boah, die sind alle so rot. Aber gut, dass irgendwie schnell jetzt diese Pio-Straße gemacht wurde. Ah, shit, 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 shit. Das sind, äh, das ist nicht gut. Na, macht mir die mal alle wieder grün. So, wir wollen ja heute noch fertig werden. So, wir wollen ja heute noch mal. So, wir wollen ja heute noch mal. Sag mal. Du darfst denen ja doch echt keine Bewegungsbefehle geben. Die haben alle möglichen Ausreden, um nicht anzugreifen. Das ist auch das Verhältnis der Waffen verändern. Ja, true, aber bringt jetzt auch nichts mehr. So, das blaue Feuerwerk will ich aber gleich noch sehen. Mit der Kampfkraft habe ich jetzt zum Ende 80 Prozent. Na, komm. Okay, okay. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, deshalb ist er jetzt nicht weitergesprungen. Zum Glück haben wir für die normalen Kampagnen hier die Sache zur Auswahl. Aber leider nicht für Missions-CD und die Add-on-Kampagnen, weil da irgendwie keiner Bock drauf hat. Ähm, hallo? Der Osten gehört uns. Nein, das war nicht das Richtige. Nein. Das ist in... Hier. Römische Piraten unter einem starken Anführer namens Flavius leben auf einer Insel im Norden. Flavius respektiert unsere Stärke, aber ich glaube nicht, dass er Angst vor uns hat. Und solange Remigius noch lebt, habe ich kein Interesse an einem Zwei-Fronten-Krieg. Ich habe deshalb die Insel zwischen Flavius und Miriam zu Sicherheitstuhl erklärt. Dort soll niemand siedeln. Ich würde mich sehr wundern, wenn Flavius sich nicht daran hielte, solange es ihm nützt. Der Feigling Remigius hat sich auf eine Insel im Nordwesten zurückgezogen. Die Ägypter unter Ramadamses siedeln östlich und unterstützen... Ja, ich erinnere mich dunkel. ...hinter seiner Künstlermaske scheint der Ramadamses ein listiger Fuchs zu sein. Er spielt Römer gegen Römer aus, ohne sich selbst allzu sehr anstrengen zu müssen. Sie wissen ja jetzt, wenn man mit Schiffen umgeht. Ja, und es ist schrecklich. Ich möchte nicht mehr. Hast du gehört, Spiel? Ich will nicht mehr. Ich will keine Schippe mehr. Das eine Mal hat gereicht. Okay, was haben wir hier? Wir haben tatsächlich mal ein Forsthaus. Das ist aber hier auch in Ordnung. Sage ich jetzt und werde ich was bestimmt gleich bereuen. Äh, haben wir auch irgendwo was, wo wir ordentlich schaufeln könnten? Nein. So. Hier will ich auf jeden Fall Mana anbauen. Wir haben fast die Hälfte aller Bisschen mit Schiffen. Nein. Das könnt ihr mich doch nicht antun. Und dann siehst du auch noch so schlecht, für was du Rohstoffe hast und für was nicht auf den einzelnen Inseln. Ähm, wir machen mal bitte noch kein Gold. Und dann wird es gleich mit den Holz. Mhm. 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 Ich will nicht mehr. Hört sich was an, wie es Sebastian kurz gesagt hat. Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Ähm. Warum habe ich hier keine Bauarbeiter? Hä? Boys? Schaufelt wird? Du hast welche. Aber wo sind sie? Die Schreiken. Aber ich habe doch nichts abgerissen. Da. Oh, endlich. Ich dachte schon. Ich dachte schon, jetzt hätten die so eine komische Scheiße gemacht, was du bei einem, äh... Was du in der Einsiedlung keine Bauarbeiter hast. So, wir haben eine Waffenschmiede. Wenigstens starten wir halt schon mit ein paar Sachen. So, wir hatten vorhin auch irgendwo versteckt Biologen. Betten, ich binne die erst, wenn ich gleich welche mache. Wieso haben wir Diebe zum Start? Hier ist nichts, was sich lohnt zu scouten. Da. Oh, nein. Ganz ehrlich, im Moment können wir nur warten. Ich glaube, ich werde vermehrt auch von F12 machen müssen, weil sonst werden wir morgen früh noch hier. Das wird eh schon eine Nachtschicht. Das ist halt auch so eine S4-Logik, ne? Das große Wohnhaus kostet da vielleicht halb so viel oder zwei Drittel vom Preis. Die Bauarbeiter sind viel schneller und da ist, glaube ich, kein großes Wohnhaus unter sechs Bauarbeitern. Ich glaube, die Mayas haben sogar acht, wenn nicht sogar zehn. Und hier, wo du es brauchen würdest, wo du fünf Minuten an einem Stück am Hämmern bist, gut, es sind hundert Siedler drin, aber trotzdem. So, jetzt. Geologen. Und da man Geologen viel mehr babysitten muss hier, gerne ein paar mehr. Ich glaube, nach diesem Longplay werde ich Siedler 3 auch direkt wieder weglegen erstmal. Das ist wirklich, das ist einfach Pain. Beziehungsweise, wenn es wirklich jetzt die ganze Zeit Schifffahrt ist. Das müssen die, das müssen die, das müssen die, das müssen die Macher doch selber gemerkt haben. Dass das sich absolut krampfig spielt. Und das müssen die, das müssen die Macher doch noch nicht machen. So, da wir relativ viele Siedler haben, die am Eideln sind, können wir ja mit Pionieren ausrasten, wenigstens das geht. Ja, wird das besser, weil die erste Hälfte Römer kamen, wenn die es voll mit Schiff war. Ja gut, wenigstens sind wir schon bei Mission 3. Ich glaube, hier ist die mit den Inseln, wo du das Gold hast. Das ging ja sogar noch. Weil da musst du wenigstens nicht auf mehreren... Also theoretisch sollst du eine Siedlung auf einer anderen Insel bauen. Aber ich finde, das ist noch irgendwie smoother. Also ich musste es nicht, als ich es gespielt habe. Aber da kannst du dann wenigstens auch irgendwie sagen, die erste Insel nutzt du für Mana. Du fängst erst auf der zweiten Insel richtig an. Ich meine, jeder Siedler 3 Pro denkt sich was das hier wahrscheinlich und fasst sich an den Kopf. Aber auf der anderen Seite, du kannst es halt auch nicht, finde ich, nicht viel besser spielen, weil das einfach von den Karten so schrecklich designt ist. Ich meine, ich bin voreingenommen. Aber S4-Kampagnen, da sind einige gute dabei. Die spiele ich gerne nochmal durch. Aber bis jetzt... Gut, ich weiß nicht, wie die Mission-CD-Kampagnen sind. Ich weiß nicht, wie die Add-on-Kampagnen sind. Ich weiß nicht, wie sich der Rest der Kampagnen hier macht. Aber das ist halt, finde ich, kein guter erster Eindruck. Und wie man so schön sagt, man kriegt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. So, nachdem wir jetzt nach 14 Minuten hier mal die ersten fünf Gebäude gekriegt haben... ...kriegen wir jetzt vielleicht sogar mal hin, mich ein bisschen zu expandieren. Einfach nur, dass uns der Ägypter... Wir haben ja hier drüben irgendwo einen Engpass. Den müssen wir ja erstmal schützen. Auf jeden Fall, die Römer waren ja auch Seefahrer. Das stimmt. Die Römer und die Ägypter waren tatsächlich unter den wenigen, die wirklich eine aktive Seeflotte hatten. Deshalb ist es auch, wenn man... Das ist so ein Nachteil an Germanen gegenüber Wikingern. Es macht nicht so... In den meisten Fällen nicht so wirklich, in ihnen groß Schiffe zu geben. Weil sie entweder gar keinen Wasserzugang hatten... ...oder selbst wenn, dann hätten sie sich mit den Römern anlegen müssen. Also kein Meerzugang, wenn sie am Fluss gelebt haben. Hat es vielleicht schon gelegentlich mal Sinn gemacht. Kannst du bitte eine Nusslosium-Mine bauen? Ähm, das geht nicht. Die Römer haben keine Schwefelminen. Wir haben nur Asiaten und Amazonen. Und als Amazone baue ich dir sogar gerne eine, aber... ...wössere Flotten, weil wir für Germanen sind ja auch nicht überliefert. Das stimmt, aber du brauchst halt irgendwie... Wenn du halt Schifffahrt hast in einem Siedler, dann müssen halt alle Völker das nutzen können. Also da musst du halt dann wiederum ein bisschen extrapolieren. Ich meine, storytechnisch würde es sich vielleicht anbieten... ...dass man das dann ein bisschen überleitet zu Proto-Wikingern. Ist ja mit den Majas genauso. Dass ich hier auch kein Weingut hinsetzen kann, ne? Das passt locker dahin. Ich fühle mich betrogen. So. Aber was wir schon mal hier hinbauen können, sind kleine Tempel. Ich habe hier nur gebeten, um die Bauchschmerzen zu machen. Machen sie aber eigentlich nicht. Also, ganz ehrlich, die Wikinger sind halt auch leider nicht besser, weil sie halt überhaupt nicht in das Line-up passen. Alle anderen Völker sind antik. Man nimmt zwar teilweise unterschiedliche Zeiträume in den Entwicklungen der Völker, aber... ...die Wikinger sind auch schon die odd ones out. Und das ist halt... Da machen Germanen einfach wesentlich mehr Sinn. Abgesehen davon, dass sie hat auch eine Beziehung zu den Römern und den... Ja, Ägypten dann jetzt nicht direkt, aber... Wobei... Ich meine mich, was gelesen zu haben, dass es tatsächlich auch teilweise... ...Germanen gab, die bis nach Ägypten gereist sind, regelmäßig. Ich will jetzt noch extra Römer in der Seite, damit du keinen Nutzen von Miene bauen musst. Das muss ich auch so nicht. Und du kannst mich auch nicht zwingen. Habe ich hier nicht vorhin auch noch eine Holzfällerhütte gebaut? Hämchen fehlt, ne Arzt. Ja, gut. Hämchen fehlt, ne Arzt. Ja, gut. So, aber dann will ich das auch hier mit dem unendlichen Lager auch machen. Das heißt, wir brauchen eine... Eine Eselzucht. So, wir brauchen keine Pivos mehr. Das ist sehr gut. So, wo brauchen wir mal die Eselzucht hin, wo sie nicht im Weg ist? Theoretisch hier oben. Praktisch eher hier. So, weil die Scheinefarm... ...die Mühle und... ...ne Bäckerei. Dann machen wir die ganzen... ...Pioniere wieder zu Trägern. Ich muss auch sagen, Pioniere sehen so einfach irgendwie mehr aus wie Diebe. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 So, drei Winzer, drei Tempel. So, drei Winzer, drei Tempel. So, wir brauchen erst die Fähre, damit wir unsere Soldaten, die wir schon haben, rüberkriegen. So, ein Wasserwerk brauchen wir noch. Hier passt aber eins gut hin. So, ich habe schon wieder vergessen meine... Darin sind einfach irgendwie alle gefühlt wie versteckter. Nutzt mal bitte das ganze... Das ist den ganzen Fisch, den wir haben. Das ist den ganzen Fisch, den wir haben. Wunderschön. Ähm... So, ein Förster. Und dann haben wir jetzt... Große Häuser. Gibt ja natürlich mal Zielobjekte. Stimmt, es gibt keine Zielobjekte. So, wir haben leider noch kein... Kein Wasser. Und dann haben wir jetzt... Also... Und dann... So, wir haben... Und dann haben wir jetzt... Und dann... So, wir haben... Ich muss ja gestehen, ein Hintergrund, also ein Hintergedanke hinter den Longplays ist halt auch, dass ich auf die Weise mir ein kleines Materialarchiv anlegen kann. Dass ich halt immer B-Roll-Footage habe, wenn ich für irgendwas was brauche. Schön. So, eine Axt kommt noch hier rüber, dann können wir später noch einen Holzfäller dazusetzen. So, die ersten Brote werden gemacht, Fleisch dauert noch ein bisschen, was sagt die göttliche Aufwertung. 80% für das zweite T2. Kannst du wenigstens einen Dieb als Spion benutzen? Ähm, ja, könnte ich. Komm, ich habe nicht vor hier irgendwas an Schwerindustrie zu bauen, aber schick mir zumindest mal einen Geologen hin. Boah, die Esel, was die auch für Geräusche machen. So, fass auf, Priester würde ich aber hier drüben haben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die mir auf der Insel so groß nützlich sind. So, ansonsten würde ich im Moment eher Kampfkraft pushen als mehr Soldaten, to be honest. Habe ich einen Schlachter gehört? Nein, habe ich nicht. Ich bin so klug. Kannst du vielleicht nicht in dem... Man muss die Spiele der 90er einfach lieben. Dieses Pathfinding einfach. Ja, super. Das hat ja lang gehalten mit dem Dieb. So, und bevor wir hier gleich das Problem haben, dass unsere Rohstoffe voll liegen. Ja, diese Grafikfehler, also ich muss auch sagen, das ist auch einfach, finde ich, nicht schön. Als, äh, also, ich finde, da müsste man halt wirklich mal gucken, dass man da eine Lösung findet. Weil ich glaube, die Spieler stört es nicht. Aber gerade jetzt, wenn man so streamt oder halt auch, wenn man generell das Spiel einfach zeigt, ist das halt einfach kein schöner Eindruck. Denn es so wirkt, als würde das Spiel halt eigentlich kurz davorstehen, dass es gleich abstürzt. Die Werft fordert, glaube ich, nur Waren an, wenn sie auch was baut. Das hat durchaus seine Berechtigung. Jetzt, wie er werft, ist immer direkt erstmal so, ja, hier. Du hast, äh, du hast, äh, du hast Retter. Die sind jetzt meine. Ähm, wo haben wir einen Geologen? Was war hier drin? So, ganz ehrlich, nicht weiter wasten, bitte. So, jetzt haben wir auch Eisen im Überfluss. Das ist, äh, du hast, äh, du hast. Da ist jetzt das Schiff da raus. Bitte backt euch jetzt nicht fest. Da ist das Schiff da raus. Okay, ich glaube, Siedlermangel haben wir hier nicht. Den werden wir eher hier drüben haben. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen dazu. Diese Mine fördert nichts mehr. Ähm, doch, tut sie. Hier ist noch ein Kohlefeld. Ich habe das Gefühl, es scheitert mehr am Brot. Braucht einfach keine andere Anlagenklägestelle. Das stimmt. Das ist auch tatsächlich sinnvoll. Musik So, diese Mine hat aber auch langsam eine Erfolgsquote von 18%. Ja, darf ja die hier 50? Wie auch immer die jetzt auf diesem Streifen hier schafft, eine 50er Quote zu haben. Hast du schon eine Kühlerei gebaut? Ähm, nee, sollte ich aber tatsächlich vielleicht mal tun, weil wir werden das Holz wahrscheinlich eh für nichts anderes benutzen. Und im Moment ist es tatsächlich Kohle, was uns das Genick bricht. Ja, und hier kriegen wir natürlich Metzl-Vorkommen für Eisen, ist klar. War das auch nicht, dass ich jetzt den ganzen Shit hier nochmal mache. Ja, der ist ein bisschen von A. Ja, das ist der ganze Haus. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Untertitelung. BR 2018 Ja, Landverteilung. Okay, das hier ist durchaus rohstoffreich. Ja, ist ja okay. Dann schicke ich halt ein bisschen was rüber. Jetzt weiß ich, ich brauch drei Spitzhacken. Okay. 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 Ich hab ja nichts erobert. Und das Ding ist, S3 bestraft einen halt doch ein bisschen mehr dafür. Also ich mach's nicht ohne Grund, weil verlierst halt einfach die Vision und das macht es halt schwieriger den Überblick zu behalten. Und ich glaube, es provoziert auch nochmal mehr Grafik-Bugs. Okay. 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 Irgendwie laufen die Eisenschmelzen noch nicht so richtig durch. Ich glaube, es könnte glatt besser sein, wenn ich noch ein zweites Handelsschiff habe. In der Hoffnung, dass die sich jetzt nicht festbaggen. Vielleicht macht es wirklich Sinn, doch alles Hirten zu transportieren. Und einfach hier die Superminen auszunutzen. Um... Bei Warte Gold, also die Warte, die Mine mit der krassesten Erfolgsquote behalte ich mal für Gold. Und das ist diese hier. Alles andere am Brot geht dann einfach rüber. Ja, minimiert den Transportaufwand. Ja. Da schicke ich auch nochmal Baumaterial rüber. Dann ziehen wir nämlich hier die Sachen hoch. So, gleich L3-Bogies. Langsam kommen wir an einen Punkt, wo der Turm auch nicht mehr nötig ist. Ich sehe gerade die bleiben hängen. Ich sehe gerade die bleiben hängen. Warte. Das ist... Das ist clever, dass wenn er... Das ist ein guter Failsafe. Ich bin gerade beeindruckt, dass sie daran gedacht haben, dass das passieren könnte. Dann schicken wir nämlich noch ein paar Werkzeuge rüber. Die Pionieren S3 brauchen einfach keine Schaufeln. Das... Sie sind super schnell und sie zerstören Gebäude. Also, wenn man S4-Pioniere gewöhnt ist, dann sind S3-Pioniere einfach total bastelt. und dann, wenn man sie nicht mehr hinbekommen hat, ist es eine S3-Pioniere einfach nicht mehr. Wir machen nämlich jetzt die Waffenschmieden auch Pause, dass wir hier wirklich nur noch das Gold laufen lassen und halt die Werkzeugschmiede gelegentlich. Das Schade ist jetzt hier dran, nur dass ich hier keinen großen Turm hinbekomme. 100 Prozent. Das ist extrem bastelt gerade. Jetzt verlocken sie mich auch noch, dass ich mein Gold hierhin verlegen soll. Leute, das könnt ihr nicht machen. Aber das ist eigentlich Blödsinn, weil für ein endloses Lager bräuchten wir hier wieder Esel. Ah, Leute, Leute, Leute. Die Schwertchen von S3 schnell als die Bogenschützen. Das sind sie in S4 aber auch. Pass auf, wir schicken ein bisschen Weizen rüber für die Eselzucht. Wenn das einmal läuft, macht es halt schon irgendwie satisfying zu sehen, wie die Handelsschiffe funktionieren. Aber wenn man halt, wenn halt diese, wenn man den Schneeball halt ein bisschen schneller ins Rollen bekäme, wäre das schon sehr angenehm. Ich finde, das muss einfach viel harmonischer generell, wenn man das zum Spieler erwartet, es muss harmonisch und zu vielen Stellen laufen. Anno schafft das zum Beispiel. Anno hat halt dafür schön Handelsrot zum Beispiel. Zumindest 2070 hatte es und danach die Spieler, ich weiß nicht, ab wann sie es hatten. Warum auch nicht einfach beide gleichstellen, damit du mit Schwertkämpfern Bogenschützen einholen kannst. Ansonsten könntest du mit Bogenschützen unbegrenzt weglaufen und wenn sich der Schwertkämpfer umdreht und sich zurückziehen will, kann der Bogenschütze wieder angreifen. Weil es beim Pagonia rauskommt. Ja. Waren am 13. ist es, äh, kommt es für alle. Deine Finger im Spiel. Ich bin nicht an der Entwicklung beteiligt. Wie viel Kampfkraft haben wir inzwischen? Wie viel Kampfkraft haben wir inzwischen? 66 Prozent. Das ist halt auch... Es dauert halt ewig alles. Es dauert halt ewig alles. Auch mehr Steine. Aber langsam läuft es hier auch, äh... Es laufen hier die Steinfelder auch aus. Aber da wir auch jetzt größere Bautrupps haben, sollte das jetzt alles schnell nachgezogen werden. Kommt einfach mit dem Transport nicht hinterher. Da gab es eine Demo, die ist aber auch nicht mehr verfügbar. Also die haben die planmäßig runtergenommen. Auch so ein Ding. Ich muss ein extra Menü gehen, um Pioniere zurückzuverwandeln. Das Mal schreien. Einen Aufmerksamkeit. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Als ob er mir jetzt sagen wird, dass vier Bäckereien, zwei Bäckereien nicht hinterherkommen mit der Brotproduktion für eine Kohle-Mine. Der Rest soll doch gar nichts mehr kriegen. Der Rest soll doch nichts mehr kriegen. Hatte ich doch vorhin eingestellt. Hat er das jetzt vergessen? Weil dann hätten wir nämlich auch den Weizen rumliegen. Dass das neue Siedle halt auch immer noch zum Vollpreis angeboten wird, ist halt auch einfach ein Witz. Kann man eigentlich für die Relikt-Teile was kaufen da? äh, 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 äh. Proto hat sich jetzt tatsächlich vor einer Weile das neue Siedler geholt, nachdem es irgendwie runtergesetzt war. Hat es vorher halt nur im Ubisoft Pass da gespielt. Weil er tatsächlich dem Spiel doch ein bisschen was abgewinnen kann, aber hat er auch sagt, über 30 Euro ist halt auch ein Verbrechen. AIK hat jetzt auch 75 Minuten lang nichts gemacht. Wir spielen auf normal, wohlgemerkt. ARD Text im Auftrag von Funk Die Sachen sind eingestellt. Wir haben... So, langsam kommt es. Jetzt hältst du euch vom neuen Siedler. Das neue Siedler ist ein Verbrechen einfach. Das ist ein Verbrechen gegen den Namen Siedler. Ja, super. Ich müsste vielleicht auch mal Wasser rüber schicken. Ich bin so klug. Kann man... Kann man kein Wasser schicken? Doch, da. Ich wollte schon sagen, da haben sie gedacht, Wasser ist so basic, dass man das nicht mit dem Handelsschiff schicken kann. Nur findest du keine Steine mehr. Dann reißen wir dich ab. So, jetzt haben wir auch da unser unendlich Goldlager. 80% Kampfkraft. Immer noch. Das ist... Das wird jetzt aber langsam lächerlich. So. Wir stellen mal grad die Produktion auf nur noch Schwerter. Ich denke mal, dass wir hier auch ein bisschen Zeug erbeuten werden. Oh, da hat er gerade gebannt. Ha! So, wo hat er die hingebeamt? Da oben. Ja, das war jetzt kein guter Move, KI. Sich mal so 20 T3er in seine Schwerindustrie zu beamen. Um es mit den Worten von Tony Stark zu sagen, not a good plan. Da oben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wow, da drüben kommt was Wow, die KI kämpft Versucht die KI sogar einigermaßen smart zu campen? Convert haut halt schon extrem rein in S3 Hat das überhaupt ein Target Limit? Hat das, okay Hab ich das Gefühl, das ist schwer zu hitten, ne? Wir können gleich grünes Feuerwerk bewundern Musik Super, es ist eine Siedlermauer entstanden Zieht sich auch immer weiter zurück Will der gar nicht Deffen? Musik Äh, ich hab das, ja, aber das war nicht ich mit dem, mit dem S3 Texture Pack Das war halt nur eine vorläufige Version, die es mal gab Ähm, okay Sind ihm jetzt die Rohstoffe ausgegangen? Musik 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 So, gleich gibt's Feuerwerk Musik Wow, hier hat sich sogar jemand mal teleportiert noch Ernsthaft jetzt? Musik Musik Ich find's lustig, dass die Tür halt auch nochmal eine Farbwolke hinterlässt Musik 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 Das ist halt super praktisch im Vergleich zu S4. So, grünes Feuerwerk. Ich frage mich nur, was sie sich gedacht haben, ihm so viel Sumpf zu geben. Da war Patient Zero. So, grünes Feuerwerk. Jemand muss mal so einen Siedler-Aas im Erdschweck machen. Ja, wie kann es... Habe ich manchmal das Gefühl, oder... Kann es sein, dass die Parfinding-KI ein bisschen Probleme mit langen Strecken hat? Dass sie da einfach vergisst, wo sie hin wollte. So wie fair, das ist irgendwo realistisch. So, deswegen ist, wir haben ja sogar noch eine KI hier, die wir töten müssen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir Fähren, oder? Ich glaube, na, nein, dann sollte ich wohl noch mal eine Fähre bauen, vielleicht. Ach du Scheiße, okay. Handel anhalten. Der gibt halt auch einfach... Doch, doch, wir haben, glaube ich, vorhin ein paar Edelsteine gefunden, oder? Irgendwo hier waren, meine ich, Edelsteine gewesen. Aber die bringen uns halt nichts. Das ist, finde ich, auch so eine Lücke, leider im S3-Kampfkraftsystem. Dass halt Edelsteine halt so komplett useless für Römer und Asiaten sind, selbst wenn du sie erbeutest. Ich meine, ich verstehe, warum, aber es ist halt trotzdem eine Lücke. So, alle Überlebenden einmal darüber. Wie ist das, müssen wir nicht unbedingt mitnehmen. Wie war das mit den Piraten? Konnte man mit denen irgendwie interagieren? Konnte man mitnehmen. Ja, stimmt. Man konnte sogar den Beladungsbefehl geben. und das hat direkt mehrere Fähren betroffen. Das war auch ganz praktisch. Stimmt, das haben ja irgendwie letztes Jahr aufgefallen, dass dass S3 da tatsächlich schon fortschrittlicher war als S4 in mancher Hinsicht. Ach stimmt, genau, das sind die Piraten. Die könnte man, stimmt, die konnte man glaube ich erobern, damit man schön viel Kampfkraft kriegt, ne? Sollen wir das mal machen? Da brauchen wir aber auch definitiv ein paar Converts. Oh, seit 70 Minuten nicht gespeichert. Lüge! Das ist nicht wahr. Gott, das ist eine Praxis. Die alte Epracharged Totally sind nicht weniger really Knocked Uh, aber DEUS Hération Es knarket ." H reactions nach night hins양 hinsרא huima Es ist schon verlockend, wenn man das so sieht. So, wir umschiffen mal kurz die in sich, wir wissen, was da alles drauf ist, aber ich glaube, ein Convert wird da nicht genügen. Das ist recht verlockend. Ach, hier ist eine Dampbrücke. Macht aber, glaube ich, trotzdem mehr Sinn, mit Schiffen dort zu landen. Wir haben einfach Edelsteine, ja, gut, das sind Piraten. Wenn sie halt jetzt noch irgendwie so ein Skriptbefehl gehabt hätten, dass sie auch so profitieren, wie es sonst Ägypter tun, damit kannst du eine KI halt auch schön pushen. Oder dass, wenn du die Piraten besiegst, dass diese Edelsteine dann auch deine Kampfkraft boosten. Sag mal, kann dieses Farbfeindling einfach mal nicht kacke sein? So, 94% Kampfkraft, so, auf welchem Schiff ist jetzt der Priester? Und wieso sehe ich das hier nicht? Da ist der Priester. Habe ich inzwischen mal einen zweiten Convert? Ja. Das sollte hinhauen. So, ein paar Piraten haben mein Opfer der Gnade akzeptiert. Oh, die haben aber gut reingehauen jetzt. Aber sie haben keine Eco, also... Jetzt hat er gerade auch noch seinen Turm besetzt. Also, ich weiß, dass die S3KI das kann, aber... Oh, das ist einfach ein Träumchen. Okay, das mit den Fähren, da habe ich mich zu früh gefreut, dass das so gut funktioniert. Sind die Minen alle erschöpft? Als ob das waren Metzelminen. Ne, Erfolgsquote. Hä? Wieso? Das ist Brot, das Brot ist das Problem. Er hat kein Brot mehr. Alles andere hat er viel zu viel. Ähm, machen wir einmal hier eine Null. Hm? So, 101 Prozent. Moment! Okay. Oh, Moment! Okay. Let's go! Ganz ehrlich, für die Goldmengen, die wir gesichert haben, hat das halt sehr wenig gebracht. Vor allem, weil man ja auch schon gewisse Kampfkraft braucht, wenn man das überhaupt versuchen will. Wie viel hast du noch vor dir? Wir sind bei Mission 3 von 8. Jetzt habe ich aber noch keinen Widerstand von der KI mitbekommen. Was ist das? Schwerter, Schwerter? Katsache, das ist... Die Sachen liegen voll! Ach, du Kacke. Also, Worth war das nicht mit den Piraten. Ich meine, ich finde es cool, dass es sie gibt. Aber, wie gesagt, wenn ich diese Map porten würde in S4, müsste man halt wirklich machen, dass wenn man sie besiegt, dass du maximale Kampfkraft kriegst. Mapports von S3 und S4 wären auch schon irgendwie lustig. Also, S3-Kampagnen in S4. Wenn es vielleicht irgendwie noch ein Tool gäbe, was die... Dafür bräuchte man wirklich halt ein Tool, ne? Was die, die... Was sie die Landstriche zumindest übernimmt. Das ist ein Tool, 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 das Fern-KI ist ein bisschen uncool. Näh! Falsche Insel. Okay, wir sind über Selektionslimit. Ich glaube, hier auf der Insel ist auch so gut wie nichts. Ja, der hat gar nichts gemacht. Also, den KI-Spieler hätte man sich auch eigentlich sparen können. Gut, vielleicht ist auch gedacht, dass man den zuerst besiegen soll. Aber ich glaube, das wäre noch krampfiger. Aber hier geht's noch lang. Vielleicht kommt ja da mal ein bisschen mehr. Wenn wir wenigstens ein bisschen Farbwolkenfeuerwerk haben hier. Yo. So viel dazu. Moment, ich hole mal kurz was Neues zu trinken. Okay. Frechheit, bitte! Also, die Piraten waren mit... Ne, die Piraten waren nicht verbindet. So. Da hat noch die andere Flasche geleert. Der Osten gehört uns. Und Ramadamses wird alle Hände voll zu tun haben, das von uns kontrollierte Archipel zu erobern. Aber der Fuchs dringt jetzt selbst nach Westen vor, um uns von dort anzugreifen. Bei dem Versuch, dieser Umklammerung zu umgehen, trafen wir auf römische Piraten, die unglücklicherweise weniger vernünftig sind als Flavius. Glücklicherweise hat jetzt, wo Remigius im Orkus verrottet, Flavius seine Leute mit uns vereinigt. Ich danke Jupiter, dass er diesen Mann an meine Seite gestellt hat. Er ist ein... Wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein kleines Wohnhaus. Resten auf grünen Punkten. So, das ist jetzt fertig. Wo gehen jetzt die... Wir müssen es mal gerade hinkriegen, dass der schön mir auf den Turm geht. auf das Haus geht so rum. So, diesmal starten wir auch mit Geologen. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, Bahnverteilung. So, das ist schon mal. Okay. So, das ist schon mal. Ich bin jetzt sogar gewagert, eine Nutzlosium-Mine zu wollen. Das ist eine dreiste Unterstellung. Sieg da drei Römer haben keine Nutzlosium-Minen. Sie besitzen die nötige Technologie dafür nicht. Glaube, es hackt. Warum haben wir so ein schönes Edelstein-Vorkommen hier? Ja, das ist ein schönes Edelstein-Vorkommen hier. Trollbyte, also das hat sich anscheinend nicht erst mit Siedler 4 etabliert. Hier ist ein Nutzlosium-Iquivalent. Ich kann... Das besitzen die Römer ja auch nicht. Die Römer haben nichts von dem coolen Zeug. Aber auf jeden Fall haben wir hier... Hier haben wir schönen Platz. Aber hier... Ja, ich glaube, das hier ist die erste Karte, wo ich direkt am Anfang das Gefühl habe, es ist angenehm zu bauen. Wir haben ja richtig mal freie Fläche. Wir können mal Sachen wirklich sinnvoll platzieren. Rohstoffe sind üppig. Konnten nicht die ersten drei Missionen auch ein bisschen mehr so sein? Da vielleicht mit den Startvorgaben ein bisschen weniger, dass man sich halt ein bisschen mehr hocharbeiten muss. Da muss der Azubi dran gewesen sein. Das oder sie haben die Mission erstellt, bevor die Spielkonzeption fertig war. Und bevor so Sachen feststanden, wie dass die Römer keine Edelsteine benutzen. Wie viele Missionen gibt's? Ähm, acht pro Kampagne. So, Bautrupps sind auch schon vergrößert. Du hast sogar zwei Diebe. Ja, dann sollte ich die vielleicht mal losschicken. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir hier oben starten. Wir sind aber unten in der Ecke. Ähm, wir haben sogar drei Diebe. Ich fragte, ich habe einen Aussichtsturm gebaut, statt einem kleinen Turm. Eigentlich macht es voll Sinn, hier Schwerindustrie zu bauen und hier oben Nahrung. Also das war nicht, also habe ich es richtig gelesen. Eigentlich müssten wir, sollen wir hier oben sein. So, und das hier sieht nämlich aus, als wäre es perfekt für Mana. Seit ein paar Tagen nämlich, weil es ein neues Anstieg zieht und das ist definitiv sehr viel besser als alle. Das ist sehr gut. Also ich merke jetzt selber den Unterschied, was es mit mir macht. Ich muss echt gestehen, ich bin erstaunt. Also ich habe vorher schon mal was verschrieben bekommen, aber es hat bei mir nicht, also da konnte ich dir nicht sagen, was die Wirkung war. Und danach wurde es auch nicht mehr versucht. Also ich muss dazu sagen, nicht vom gleichen Arzt, aber trotzdem. Das war eigentlich überfällig, dass ich Medikamente dafür bekomme. Auch da sind Blödsinn, ich wollte ein Handelsschiff und eine Fähre haben. Und dann habt ihr mir eingerichtet, dass ich das eine gebaut habe statt dem anderen, obwohl ich genau das hatte, was ich in dem Moment haben wollte. Also. Also. Musik Musik Die Pillen scheinen ja sehr gut zu wirken, wenn du mal wieder einen Siedler-Screen machst. Daran liegt es tatsächlich, also es liegt nicht daran, dass ich mich für Siedler entschieden habe. Das Longplay will ich ja schon lange machen. Musik 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 Man muss den Berg einfach viel viel gründlicher absuchen. Hier ist ja auch noch... Hier geht es ja auch noch lang. Aber irgendwie werden meine Diebe immer gesniped. So... Kohle-Mine. Noch eine Kohle-Mine. Eisen-Mine. Oh. Die eine machen wir hier hin. So. 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 Hier, das fühlt sich wirklich mal angenehm an. Hier habe ich jetzt eher das Problem, dass meine Bautrupps nicht schnell genug sind. Hier kann man natürlich auch gut Wein anbauen. Hä? Die. Meine Diebe sind wieder zurück. Haben die nichts gefunden? Sind deshalb zurückgekommen? Ist das diese Automatik von denen? Nein, nein, nein! Hey Muri, willkommen zum Stream. Ich gucke die Longplace mal zum Einschlafen, ob sie mir das mal live erwischt. Die S, die Sieglab Longplace oder einfach generell die Wurz? Die sind ja auch zum Teil zwölf Stunden lang. Aber dann ist ja gut, dass ich gerade für Nachschub sorge. Nein, shit, 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 das ist nicht gut. Okay, wir müssen diese Türme auf jeden Fall halten. Sonst verlieren wir unsere Getreidefarmen. Ja, sie sind Bogenschütze, das ist egal. Ja. 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 Alles Gute. Ja. 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 So, Boys, wir brauchen möglichst schnell Waffen, Leute. Das wird sonst nicht schön. Das erste, was ich hier, dass die KI mal was macht. Das war's. Das war's. So, ich hoffe, ich habe zumindest ein bisschen Zeit, bevor die zweite Welle kommt. Wenn die Eisen schmerzen, könnten wir schon mal ein bisschen vorarbeiten. Ich könnte jetzt anfangen, die Bauarbeiter zu micromanagen, aber das sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade nicht ein. Ich glaube nicht, dass das so viel noch bringt. Und wenn sie die, wenn sie sich das Zerrett nicht zu Ende bauen. Hey, Muri, danke fürs Prime-Abo. So, ihr findet keine Steine mehr. Super. Super. Alle Getreidefarben liegen voll. So, ihr braucht bitte auch mal das Lazarett zu Ende. Jetzt fehlt ein Hammer. Huh? Huh? Ja? 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 Hat man das gerade nicht gehört, den Soundalert? Also, wir hatten jetzt zwei Soundalerts im Stream, die eigentlich hörbar sein müssten. Obwohl, ich werde die Alerts getriggert. Ähm, vorhin durch einen Raid und jetzt gerade durch das Prime-Abo. Ich habe nichts gehört. Das ist seltsam. So, am besten, wenn wir es jetzt noch irgendwie bekommen, dass irgendjemand den auslöst, dann können wir testen, ob es jetzt funktioniert. Ich glaube, jetzt werde ich ihn nämlich nicht mehr hören. Warte, das müssen wir jetzt mal kurz lösen. Ähm, meine Soundalertquelle. Wieso läuft das nochmal? My Alert. So, wir testen das jetzt einmal. Also hat man es jetzt doch gehört? Weil ich habe jetzt das meiste nicht gehört. Das ist, genau, das ist das, wenn, wenn Leute mehrere, wenn Leute, wenn jemand, äh, Subs verschenkt. Der Austria, danke für, für die fünf Subs. Aber Leute, die dürfen mich nicht so verunsichern. Die Soundalerte bringen ja auch wirklich nur was, wenn ich sie auch höre. So. 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 Jetzt haben wir übrigens das Problem, dass, äh, die Siedlermusik, aber ich glaube, das lag nicht daran. Ich glaube, irgendwann ist einfach die Playlist auch durch. Siedler 3 hat leider nicht so viel Musik wie der Nachfolger. So. Jetzt dürften die Sachen ja durchlaufen. Das wird, wir können größenwahnsinniger werden. Wir haben extrem verstörende Musik, wieso verstörend? Das musst du mir erklären. Ich finde die Musik gruselig. Wie schafft man das denn, die gruselig zu finden? Ihr Nasen, wollt ihr mir ernsthaft erzählen, dass ihr euch jetzt hier reinbaut? Also das könnt ihr vergessen. Auch wenn ich nur 42% Kampfkraft habe. So, und was wir auch mehr brauchen, sind Planierer. Ach, hier fehlten sogar noch Säure Daten. Das sehen wir uns auch im Hintergrund. Wir sehen uns im Hintergrund. Uff, ein Stück dreckiges Aboni. Das sehen wir auch im Raum. Das sehen wir uns im Hintergrund. Ich passe hier hinten. Dayana Dayana So, Kampfpuffuschen wäre jetzt aber auch mal gut. Ich habe keine Esel, das heißt wir brauchen Eselzucht irgendwo. Shit, shit, shit. Okay, wir haben den einen weggelockt, der würde den Kampf gewinnen. Boah, das war gerade aber so langsam, also die ersten Missionen sind echt trügerisch. So ist es, dass wir halt noch nichts an göttlicher Aufwertung haben. Aber ich glaube, wir haben hier auch Rohstoffe in einem Maß, dass wir sagen können, wir investieren in L1 am Anfang. Bis auf die Tatsache, dass wir zu wenig, dass wir zu wenig Siedler haben. Aber koordiniert ist das nicht, was die KI hier macht. Wieso ist das, macht das Forsthaus denn, ach Leute. Ich wollte, dass der die Bäume da weg macht. Aber sonst könntest du wieder neu anfangen, true. Wobei ich das bei dieser Karte nicht mehr so krampfig fände, wenn man weiß, was Sache ist. So, Schwertis, L2. Wir haben zumindest schon mal zwei Tempel, die produzieren. Und dann kann das vorigem sein. Dann kann das man wieder aufhangen. Und dann kann das vorigem aufhangen. Und dann kann das ansehen. ich muss mir auch angewöhnen dass ich mal hier blöd vorhin habe ich keine schweinefarm setzen sondern eine getreidefarm dementsprechend müssen wir unsere eisen noch eine zeitlang mit fisch besorgen habe ich vorhin eigentlich goldschmeißen gebaut ja habe ich so hoffentlich sind wir dann auch gleich aus dem siedlermangel ist raus so und jetzt kann doch bitte sich der rest wieder verteilen so Untertitelung des ZDF, 2020 So, das Steinfeld da ist sehr verlockend. Ich glaube, wir könnten versuchen das später mal. Kriegen wir es irgendwie hin, dass die Musik wieder startet? Ah, das ist verlockend. Not gonna lie. So, aber ganz ehrlich, diesen Wachtturm benötigen wir eigentlich auch nicht mehr. So, ich glaube, wir können hier auch nicht mehr machen. So, du findest keine Bäume mehr? So, solltest du aber. So, da haben wir L2 für Bogen. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Normalo. Ja, das stimmt. Das ist hier definitiv die Ausnahme. So, pass auf. Das hier blocken wir einfach mal. Gar keinen Bock, dass sich der Ägypter jetzt hier langsnaked. Vor allem, wie lange die auch einfach brauchen, einen Tum zu erobern, wo niemand drin ist. Gebäude darf nicht abrissen werden. Okay. Okay. Aber er zieht sich zurück. Wenn normalerweise die die selten sind, macht sie das wieder besonders. True. Kriegen wir es vielleicht hin, ein paar von denen mal hier rüber zu ziehen? Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, wir haben aber gut ein bisschen Kampfkraft dazu bekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, wir haben es nicht mehr zu sehen. Oh, wir haben es nicht mehr zu sehen. Dann brauchen wir jetzt aber auch keinen Fisch mehr auf der Goldmine. Alter, wie viel Gold das Ding produziert. Aber wir dürfen doch eigentlich keinen Siedlermangel haben. Wir haben doch nicht so viel an Soldaten produziert. Soll das Ding 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 produziert. Das war's. Also das ist halt wirklich, so macht sich da drei wirklich Spaß. Also das ist halt wirklich Spaß. Ja, shit. Das wollte ich vermeiden. Das ist jetzt nicht tragisch, weil es nur um ein paar Baustellen geht, aber Gold und eine Eisenmine muss ich neu setzen. Und doch, ja, zwei Eisenmine. Ah, eroberte Türme und anscheinend auch Türme, die er verteidigt hat, besetzt, ja. Ah, eroberte Türme Oh, wie wenig Damage Bärkämpfer einfach machen. So, was ich aber eigentlich machen wollte, war... Bautrupps vergrößern. Was ist das? Ich bin es gewohnt, dass der irgendwie jeden Shit einlagern will. Jetzt macht er genau das nicht. Ich bin es gewohnt, So, gleich haben wir das erste L3-Upgrade. So, und Eisen überproduzieren ist ja potenziell auch ganz sinnvoll. Toll. 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 Das war's für heute. Okay, aber lädt doch jetzt auch da Bögen ab. Ist das so ein Modernisierungsfeature, dass er auch verwandte Sachen, also ein Werkzeug, dass er dann alle Werkzeuge da reinpackt und eine Waffe dann alle? Ich meine, das wäre praktisch. 71 Prozent. L3-Bogies. 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 L4-Bogies. 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 Du findest kein Holz mehr. Du findest kein Holz mehr. Das ist jetzt einfach mega satisfying, so viele L3er zu sehen und zu wissen, dass man sie im Prinzip for free kriegt. So, an Gold mangelt es, also es ist Gold erst, was fehlt, weil das eigentlich jetzt auch kein Thema mehr sein dürfte. Okay, ja, das ist extrem schnell gegangen. Jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo wir Häuser spammen können. Ich habe aber so ein Gefühl, dass der blaue schwächer ist. Das heißt, ihn snacken wir zuerst. Franny, danke für den Raid. Wir machen hier gerade ein 0.3 Longplay. Boah, das mich gerade ein bisschen erschreckt, aber das ist ja auch der Sinn von dem Alert. Dieses Flöten-Solo. Der Blasrohr-Style. Jetzt hätte ich gerne einen Blasrohr-Style in Not. Ja, das kann ich, das ist, da ist, das ist leider der Nachteil am Patreon gegenüber Twitch. Soll ich vielleicht auch einen Blasrohr im Stream anwenden. Ähm, ja, könnte ich. Mache ich aber nicht, damit die Aufnahme sauber bleibt. Den Sound kann ich auslagern auf eine andere Tonspur. Ich glaube, ich habe ihn auf die Voice-Spur gepackt. Damit ich halt das Gameplay halt nutzen kann, weil das ja auch dazu dient, B-Roll-Footage zu sammeln. Ja, L1er, selbst mit 85 KK, wenn du hier mit L3ern anrückst. Das ist einfach extrem Bastard. Okay, alles klar, Angriff. Das wird die Longplay. Also wir spielen die komplette Römer-Kampagne in einem Stück durch in dem Fall. Ich meine, normalerweise sind Longplayers unkommentiert. Oder zumindest in den meisten Fällen. Ich glaube, das ist nicht, ist kein Gesetz, aber ist halt meistens so. Ich finde, dass der Kriegsnebel sich so langsam lichtet, ein bisschen nervig. Vor allem, es geht halt ordentlich schneller, wenn man F12 drückt in dem Fall, weil das Rendering dadurch nicht beschleunigt wird. Und da war S4 dann doch ein bisschen fortschrittlicher. Ja, also produziert die KI eigentlich auch höherstufige Soldaten? Oder sind das, mit dem sie angreifst am Anfang nur die Startsoldaten? Ich meine, man muss dazu sagen, ich glaube, ein Spiel visibler ist, einer KI schwieriger beizubringen als ein Spiel wie z.B. Supreme Commander. Wo du halt der KI eine Build Order geben kannst, die einigermaßen optimiert ist. Eigentlich auf jeder Map funktionieren sollte. Wir sehen uns da halt eine überschaubare Anzahl an Dingen hast, die du halt beachten musst. Und Sachen, die ineinander greifen. Und dann eine KI hast, die zumindest funktioniert. Ich glaube, für Colonia Prima wird KI auch eine Herausforderung. Klar, es gibt inzwischen so Ansätze mit selbstlernenden Dingern oder einfach KIs, die halt immer weiter rumprobieren. Aber da musst du ja auch messbare Sachen haben, womit du messt, wie gut die KI eigentlich ist. Zumindest ist die Masterarbeit 119 da runtergeladen worden. Vielleicht muss man gucken, ob ich das vielleicht noch ein bisschen pushen kann. Einfach Chat-GPT für die KI benutzen. Oh, das hat doch die Tage einer im Zettlers United Discord irgendwie vorgeschlagen. Dass man mit Chat-GPT doch die S4-Völker, die S3-Völker in S4-Porten könnte oder so. Und ich mir auch dachte, ach man, nein. Da muss man auf dem Chat einfach rausgehen, weil ich habe einfach meinen eigenen IQ schon sinken gespürt. So, Blau ist weg. Also, die Mission war jetzt wirklich die erste, wo ich sage, die hat richtig Spaß gemacht. KI hat mal ein bisschen was gemacht. Ich konnte einigermaßen normal mal bauen. Dann hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich gezwungen bin, suboptimal zu spielen. Spinny ist in Gönnerlaune. Was soll das denn jetzt heißen? Ich würde das Thema ADHS-Heilung interessieren. Ja, irgendwie habe ich ein Talent dafür, neurodiverse Leute in meinen Stream zu ziehen. Boah, dieser Wellen-Sound einfach. Ganz echt. Welche Welle klingt so? So, Mission 5. Hallo? Das funktioniert ja ganz toll. Nein. Kann man ein Spiel laden. So, das ist wieder die Insel-Geschichte hier. Genau, eine der Gegner hat mehr als 70 Goldbahnen gesammelt. Wenn wir vorsichtig genug sind, werden wir so mächtig, dass sowohl Ramadamses als auch die Chinesen unter Zutang keine andere Wahl haben, als uns zu gehorchen. Doch mir ist klar, dass unsere... Ich glaube, das kann gar nicht funktionieren. Also, ich glaube, die KI wird nicht die 70 erreichen. Aber ich finde es erstaunlich, dass sie halt auch als Volk die ganze Zeit von Asiaten sprechen und jetzt meinten, ja, es sind Chinesen. Also, irgendwie waren sie sich da nicht so ganz einig, was sie machen. Also, ich finde es, dass sie sich da nicht so ganz einig, was sie machen. Also, ich würde ihm auch die Ausrufe zeichnen. Ja, gut, bei Winzereien bleibt halt auch nichts anderes. Ich überlege gerade, ob man überhaupt hier was anderes bauen muss oder ob man auch einfach hingehen kann. Und dann halt mit den Startressourcen arbeitet, beziehungsweise mit Fischerhütten. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar weniger krampfig ist, als zu versuchen, einfach auf die andere Insel überzusiedeln. Die Idee soll vermutlich mal sein, dass das nicht geht, von der Zeit her. Aber ich glaube nicht, dass die KI mich so unter Druck setzen wird. Ich glaube nicht, dass das nicht mehr weg ist. Ich glaube, die Karte macht es einem noch relativ leicht, eine neue Insel zu besiedeln, weil da gut Sachen rumliegen. Ich glaube, es gibt sogar zwei Kandidaten. Ich glaube, es gibt sogar zwei Kandidaten. Ich habe mich aber nun in gute Nacht, Brainy. So, ich will jetzt gerade einfach mal nur ein bisschen scouten. Komm, ich verstehe auch nicht, warum die anderen zwei KIs da sind, weil angreifen werden sie mich ja nicht. So, du interagierst ja zu keinem Zeitpunkt mit ihnen. Ähm, Lagerbestand hier. Es sind potenziell 50 Els Raya, also... Ist schon nicht ohne. Weil L3 pushen halt echt schwierig wird, weil man sich halt erst mal durch alle anderen Level durchmachen muss. so, wenn man sich anschaut, Hier, hier liegt das Zeug rum. Eine Anlegestelle sollten wir aber auch dann irgendwo bauen. So, pass auf, wenn ich eine ganz billige Brot-Eco hierhin klatsche. Jetzt Binnie hat neue Sachen für seinen Only-Fans angekündigt. Das ist wie ein Handschiff anstatt einer Fähre. Hör auf! Das hier sind halt auch einfach mega geile Minen. Also irgendwie so richtig committed sind sie nicht darauf, dass man hier zwingend damit arbeiten soll. So, irgendwer hat gerade angerufen. Ich muss mal gerade checken, ob das mein Verlobter war. Da wird das Blasrohr wirklich ordentlich durchgeblasen. Bruh. Da wird das Blasrohr. Da wird das Blasrohr. Untertitelung des ZDF, 2020 So, haben wir jetzt wieder das Problem Genau, die Pioniere muss man alt klicken So, haben wir jetzt wieder die Pioniere So, wenn es nicht so holznastig wäre, würde ich glatt noch ein paar Schiffe bauen Das Handelsschiff habe ich mit Absicht gebaut Weil ich unter Umständen ja noch Waren transportieren muss Hier so noch Gold, aber das werden wir schon anderswo herkriegen Das ist fertig, das heißt in 10 Minuten sollten wir das erste Weizen kriegen Das war Absicht, wie du siehst Ich bin hier am expandieren Halte mir gerade alle Optionen offen Menschen handelt halt also eine Option zu sein Ra Ra Ja 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 Ich finde das immer so irritierend. Und in Siedler 4 steht hier dran, wie viele Sachen an der Baustelle liegen. Das stimmt ja hier sogar überein. Aber eigentlich geht es darum, was noch fehlt. Spinny hat wohl eine sogenannte Handelsschirpsfährensschwäche. Steht das im DSM-5? Ich glaube nicht. Ich glaube, im ICD-11 wirst du es auch nicht finden. So, wir gehen auf komplett Waffenproduktion. So, es wird aber langsam gerade echt erfolgreich, dass wir die Sample fertig kriegen, damit wir mal langsam göttliche Kunst aufbauen können. So, ich glaube nicht. So, die ein oder anderen Converts wären natürlich auch gut. Jetzt habe ich gerade Bogenschützen gemacht, aber es ist auch nicht schlimm. Hoch! Der Schelm hier. Kommt! Darment, hierfür soll ich auf eine andere Insel gehen. Ja, nee. So, in dem Fall lohnt sich aber auch Kampfkraft. Einfach, weil wir mit so wenig starten. Hm? Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich würde behaupten, das hier ist nicht worth, ich meine hier ist nichts, dann können Sie das hier theoretisch eine Nahrungsproduktion bauen. Dafür liegen sogar noch zwei Sensen hier, aber als ob das die Idee ist. Ich meine, ich habe jetzt diese Leute hier, also kann ich es auch nutzen, aber... Ich meine, ich habe jetzt eine Nahrungsproduktion, aber ich habe jetzt eine Nahrungsproduktion. Aber theoretisch könnte ich mir Fleisch von da drüben liefern lassen. So, wie viel göttliche Gunst benötigen wir für... Für L3-Schwertis. Der Rest ist uns ja egal. Wir haben einen Convert. Also ich finde so unsichtbare Timer auch echt nicht gut. Also der hätte doch eigentlich irgendeine Mechanik gebraucht, dass man sehen kann, wie viel Gold die anderen KIs haben. Und Scouten ist halt beschissen in Siedler. Und magisches Auge ist Blind Mana Wasten in dem Fall. Das kann eigentlich nicht die Idee sein. Ich muss mal kurz unterbrechen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich habe gesehen, ihr habt euch gut selber unterhalten Braucht Zeit, um das Sockenbild auf OnlyFans hochzuladen Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben erstes Gold Das heißt, meine Kampfkraft steigt sogar schon Billboardistä��, ist es leicht möglich… Game Move in, Barry Kuhn, bitte Be tort地, yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiusiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwioiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiii shuja ziDF, 2021 So, ist einer schon mal den vielleicht so schwach, dass man vielleicht schon mal ein bisschen was erobern kann? Also wir scouten jetzt das Ganze mal. Also hat der Sieger was im Chat geschrieben? Tatsache. Okay, das ist ziemlich viel, was da los ist. Also da eher nichts. Tatsache. 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 etwa nur eine einzig... da muss ich ja wirklich auch noch zufüttern hier. Also er hat keinen, keinen Steg. So, dann liefern wir noch mal eine Axt dahin. Ich glaube, die muss ich selber produzieren. Ich habe keine Waffe, keine Werkzeugschmiede gebaut. Hab ich gesagt, so einen Luxus brauche ich nicht. Boah, der ist hier nur am Planieren. So, wir haben fast T3. Imagine Spinny's Freund existiert, nicht wirklich. To be fair, das wäre schon ein ziemlicher Plottwist. Stimmt, er war dabei in Frankfurt. Bei der Lahn, da konnte man ihn sehen. Huch, nein. Nein, 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 bitte nicht. Wir trottieren, noch nicht. Vorher brauchen wir mehr Siedler. Pass auf, erster Wegpunkt. Das ist auch... Warum hat Siedler 4 keine Wegpunkte? So. So, 50 Kampfkraft. So, 50% lose. So, 50%, 1,2m, 15% von 3,4m, 15%, 1,5m, 15%, 1,4m, 16%, 1,4m, 15%, 2,5m, 16%, 1,4m, 16%, 1,4m, 16%, 1,4m, 16%, 1,7m, 16%, 1,8m, 16%, 1,4m, 16%, 1,3m, 16%. Wegpunkte, ja, Moment, warte, für Siedler geht das, für Soldaten, aber doch nicht für, ähm, für hier, sag schon, für Handelsschiffe und für Esel, die Rennstur überall durch, bezahlter Schauspieler, also, woher kommt ihr auf die Idee, dass ich, also, ihr geht davon aus, dass ich meinen Freund erfinde, aber Geld habe, um einen Schauspieler zu finanzieren, der das, der das, äh, der, diese Rolle spielt, euch ist schon klar, dass, wenn ich das eine hätte, das Geld hätte, dann auch wahrscheinlich nicht das Problem hätte, dass ich allein bin, also, so läuft's normalerweise nicht, Hallo, so Eskort hat, was von mir habe ich gehört, ja, glaube, das ist nicht so billig, wie ihr euch das vorstellt Ich hoffe, ich hoffe, dein Heyer, es geht mit mir, ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe, ihr habt euch gehört, dass ihr könnt, wie ihr euch das nehmt, wenn ihr euch auch nicht. Ich hoffe, ich gebe, ihr euch die Be�raue, die likelihood, dass, was ihr euch auch nicht, Nein! Der Wichtigste fehlt! Oh, so ist es praktisch, wenn die hier Eisen rumliegen haben, dann kann ich das nämlich gleich verwandeln. So, aber die haben zum Glück alle nur T1er. Hey Nebo, willkommen zum Stream. So, der hat gar nichts gemacht. Guckt euch das an. Da bringst du mir so viel Zeit mit deinen Chins. Das sind seine Chins ursprünglich. Ich komme mir gerade vor wie bei Filzer, da haben wir das auch mal probiert. Da hast du auch mal versucht, ihm einzureden, dass seine Frau nicht echt ist. So, jetzt bald können wir anfangen, Fleisch rüber zu liefern. An dem Punkt bringt es auch nichts mehr. So wie fair, so macht es sogar fast Spaß mit den Schiffen. Aber die ersten drei Missionen sind halt echt ein Kram. Dass die Shins ursprünglich seine waren, ist auch nur Teil deines Lügenkonstruktes. Also was für eine kriminelle Energie mir aber auch vorgeworfen wird. Was ist das jetzt fiese? Man sieht nichts im Wald. Na, jetzt haben sie ihre Sammurei-Sferter. Ich glaube, das müssen wir uns mal gerade hier... Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube so, wer von allen im Chat hat am meisten kriminelle Energie. Das kann ich nicht beurteilen. Jetzt haben wir jetzt aber gerade einen Kampf zu produzieren, einfach weil wir keinen Platz für eine zweite Waffenschmiede haben. Aber der hat ja... Die haben ja bis jetzt noch gar nichts stehen gehabt. Ich glaube nicht, dass ich das sage, aber Schiff-Parfinding in Siedler 4 ist tatsächlich sogar etwas besser als... Also sie finden leichter einen Weg umeinander herum. Ähm... Warum behalte ich hier Vision? Ähm... ... ... ... Ich habe ihm im letzten Hut einfach einen Mittelhandknochen angebrochen. ... 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 Kann ich das theoretisch so machen, dass der hin und her fährt und das Gold einfach da rüberbringt? Na gut, ein bisschen was nimmt er jetzt auch aus dem Lager, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, aber das ist nicht schlimm. Hydrieren, das ist eine gute Idee. Ich finde, bis jetzt sind wir noch gut in der Zeit. Die Zeit ist eine gute Idee. Die KI zieht sich gerne zu Türmen zurück, um da zu verteidigen. Ich meine, es ergibt Sinn, wenn sie besetzt sind. Das sieht sogar aus, als könnten die mal eine Goldmine haben. Wollte ich mal entscheiden, ob ihr jetzt Angriffe ignoriert oder nicht? Das ist halt einfach schlimm. Die Bogenschützen können gar nichts unternehmen. Es ist halt echt nicht intuitiv, dass halt so eine kleine Gruppe dann besser ist gegen einen einzelnen großen Turm, als eine große. Dann nehmen wir wenigstens noch mal ein paar Goldbarren. Oder hat die KI einfach eine Goldmine, weil sie mit ihr gestartet ist und hat nichts weiterverarbeitet. Wow, sie hat eine Goldmine, die ganze acht Golderz produziert hat. Okay, irgendwas hat gerade... Achso, weil die hier sterben. Deshalb gibt es den Donnerschlag. Haben sie Nuzlosium rumliegen? Nee, die haben keins. Ähm, wo ist mein Handelsschiff? Haben die mein Handelsschiff gekillt? Nee, das ist mal ein Handelsschiff. Wollte mich schon wundern, da habe ich denn die zusätzliche Fähre gebaut. Okay,udo. Ich bin ganz bereit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die haben keinen einzigen Goldbarren produziert. Wieso suggeriert das Spiel, dass ich auf einem unsichtbaren Timer bin? Und delivert dann nicht bei einem der Gegner. Von den Gegnern hatte einer überhaupt mal eine Goldmine. Geschweige denn, dass er nicht mal eine Goldschmelze gehabt hat. Hier hat er eine Goldschmelze. Doch. Okay, er hat einen Stapel. Ich fühle mich sehr bedroht. Es ist fast so, als hätte man die KI doch nicht so schlau bekommen. Und was die Funktion von diesen beiden hier sein soll, verstehe ich halt auch nicht. Also außer, dass die Karte dann nicht so leer ist. Ja, das hier ist halt nicht mal eine Alibi-Siedlung. Das hier zumindest schon. Unser schlimmster Feind ist das Schicksal oder göttlicher Zorn. Wir hatten die Inseln erobert und Zutang sogar von seinen zwei nördlichen Inseln verdrängt, als ein Vulkanausbruch unsere drei Inseln im Norden zerstörte. Nur eine kleine Kolonie im Nordwesten konnte sich halten. Ramadamses hat diese Katastrophe für sich genutzt und vom Nordosten aus... Können wir auch verlieren? Also wenn wir ihn nicht zu lange in Ruhe lassen? ...verfortleitete er Hilfsmaßnahmen für Zutangs bedrängte Insel im Südwesten ein und erreichte so ein Bündnis. Ramadamses ist auf dem besten Weg, sich selbst auszutricksen. Er biedert sich Zutang an, weil er glaubt, dessen gefährliche Krieger für sich nutzen zu können. Er wird sich noch wundern. Selbst wenn es ihm gelingt, uns mit dem Schwert namens Zutang zu besiegen, wird er durch dieses Schwert selbst umkommen. Er wäre besser Bildhauer geblieben. Und zu allem Unglück gehen die Rohstoffe auf der Pirateninsel langsam zu Ende. Immerhin hat Flavius die Flotte retten können. Es muss uns gelingen, Ramadamses wieder... Okay, das ist lustig. Einfach mit der Insel nochmal. Leute, warte bitte nicht ernsthaft, dass ich hier drei Inseln manage. Ich meine, das ist schon mal mit ein paar Sachen, aber... Wir haben die Flotte retten können. Wo ist die Flotte? Ich sehe keine Flotte. Pass auf, diesmal platzieren wir... Die Werft ein bisschen smarter. Und wir brauchen Mana. Ähm... Musik Wir brauchen auf jeden Fall Mana Äh, so Super, da sind Steine und ich kann sie nicht abbauen, weil Ganz, ganz toll Jetzt mal ganz ehrlich, was war hier die Idee Dass man nicht wenigstens mit einer Fähre startet Musik 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 So, theoretisch können wir mit einem Handelsschiff Auch so ein unendliches Lager erreichen Also müsste zumindest funktionieren Jetzt fehlt ein Hammer Wo ist die Werkzeugschmiede? Wir haben einen, oder? Ja Musik Musik Untertitelung. BR 2018 So, wir brauchen erstmal eine Fähre. Du sollst mich raten, unsere tollen Metzlminen sind jetzt wahrscheinlich keine mehr. Und wenn doch, dann frage ich mich, warum man mir suggeriert, dass das nicht so ist. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier die Türme abrisse, zählt das dann als verloren? Wobei, nee, es war ja Niederlagebedingung, wenn die Ägypter zu viel Gold sammeln. Wenn sie da so erfolgreich sind, wie die Asiaten in der letzten Mission, dann mache ich mir keine gewaltigen Sorgen. Sieht mir nicht sehr verbraucht aus, to be honest. Und ich meine, bei einer Soldatenproduktion wird es ja auch nicht scheitern. Ah shit, was mache ich denn hier? Ja. 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 Warte, nein. Aber diese Inseln haben sich dafür dann auch verändert. Das ist so irritierend. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass man hier einen Rush versuchen muss. Das ist so irritiert. Wir haben hier eine Angel. Wir haben hier eine Angel. Da müssten ja zwei noch hier rumliegen irgendwo. Warte, wir brauchen... Wir haben ja sogar eine Schweinefarm. Mal gucken, dass über Brücken die Sachen versorgt werden, aber muss eigentlich nicht langfristig sein. Das Einzige, was fehlte, war Mana. Es braucht halt ein bisschen bis hier, dass alles anläuft. Wo ist die Mühle? Da. So, wir haben auch gleich wieder Brot. Also, ich verstehe noch nicht, wozu wir das hier brauchen. Was ist die Mühle? Wo ist die Mühle? Hier ist die Mühle? So, wir können aber schon mal versuchen, ein bisschen zu scouten, sobald wir eine Fähre haben. Was hoffentlich nicht mehr so lange dauert. Hat die KI überhaupt die Fähigkeit, Liebe aufzuspüren? Also, wir müssen die Alt klicken. Ein Handelsschiff. Okay, nee, Waffen macht nur Schwerter. Sehr gut. Hat die Fähre jetzt einen erhöhten Sichtradius? Durch die Liebe? Kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? So, wenn wir jetzt ihren Goldvorrat finden könnten, falls es überhaupt einen gibt, und dort zuschlagen, dann können wir natürlich auch unsere eigene Kampfkraft erhöhen damit. Ihre Rohstoffe gehen zur Neige. So viel zu dem Thema. Also, das ist jetzt eigentlich mehr ein Sequel von der Mission davor. Ich meine, ich halte hier zugute, dass wir wirklich mit einer bis auf Mana-Produktion vollständigen Siedlungen starten. Aber da merkst du halt auch, dass du auf der Insel hier sonst nichts tun kannst. Aber das hier ist halt auch nicht der Rede wert. Also, da musst du auch irgendwie eine komische... Also, ich finde, dafür ist es nicht granular genug, was du hier machen kannst. So, Schwertkämpfer auf L3. Ich finde es auch lustig, dass die KI so viele Diebe rumlaufen lässt. Selbst wenn man... Aber halt irgendwo, nirgendwo. Okay. Die Fähre hat von sich aus einfach so einen großen Sichtradius. So, wir bauen mal noch eine Goldschmelze. Ist das eine Goldmine? Ne, das ist eine Eisenmine. Das ist eine Kohlemine. Das habe ich sogar so erkannt. Er hat gar keine Goldmine, oder? Also, ich sehe zumindest nicht, wo. Denn hier können wir die Siedlungen trennen, wenn wir wollen. Also, wir bauen hier ein Tempel. Ich finde, Diebe müssten... Ja, ich weiß, was ihr meint. Diebe müssten eigentlich die Art sein, wie man Gegner halt stört, bevor es zu Campen kommt. Aber das kannst du halt einfach nicht in der Masse machen. Auf LG macht es natürlich voll Sinn. Und ich meine, wenn du ein paar Werkzeuge klauen kannst, ist das auch immer gut. Okay, Diebe sind auch in S3 ein Schwertimagnet. Erfolgen sie sogar ziemlich hart. Ne. Okay, sehr gut. So, die chillen jetzt einfach mal hier in der Bucht. Haben die Ägypter bestimmt nichts gegen. So, großes Wohnhaus. Das heißt, Siedler gehen uns auch nicht aus. Hier haben sie Werkzeuge gelagert. Für uns, sich das hier Eisen zu produzieren und das in Gold zu verwandeln. Wir lagern auf jeden Fall mal gerade Eisen ein, für diesen Zweck. Das nächste Mal erst drei... Also, wir bauen einen Aussichtsturm. Ich kann auch ein paar Aussichtstürme bauen, aber ich weiß nicht, was du damit sehen willst. Dasselbe Ah, der ist nicht so effizient darin, einen Ort zu finden, wo er die Sachen ablegen kann. So, wenn ich das Spiel nicht nötigen würde, erst alles... Hier würde es sich halt echt lohnen, wenn du L3 direkt raschen könntest. Hier hat direkt ein paar Schwerter eingelagert. Okay, ich glaube, hier bringt es tatsächlich mehr Eisen einzuladern als... ...ein Convert. Wenn wir jetzt noch irgendwo hier eine Eisenschmelze hinquetschen könnten. Am besten halt da. Aber wir können auf diese Weise auch Polster hinschicken, oder? Müsste ja eigentlich gehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich jetzt so viel Zeit skippe. Macht er das mit den Nullproduktionsgebäuden nur für... Ne, das muss eigentlich für alles gehen. Hat nur ein bisschen gebraucht. Mat cadre. Mat cadre. Drige Quть Voyager Danke. ce Aber der kann direkt an der Grenze stehen. Das juckt die nicht. Verstehen muss ich das nicht, oder? Ich sehe noch nicht mal, dass er überhaupt Goldvorkommen besitzt. Hier drüben vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Ich glaube, das ist noch nicht mal in seinem Gebiet. Da könnte noch was sein. Sollte zur Grenze. Soll es nicht. Sollte zur Grenze. Sollte zur Grenze. Sollte sich das nicht nachgehört? Sollte sie auf den Sluch? Sollte an den Sluch? Sollte dich durch den Sluch? Sollte ich Utilise? Sollte ich. Ich glaube schon Gold, wenn man Edelsteine haben kann. Ja, aber seine Siegbedingung ist Gold, seltsamerweise. Ich weiß auch nicht, warum hier noch ein anderer Spieler ist. Also, der wird ja auch nicht mit uns interagieren. Ich meine, ich weiß, dass S4 ein Rushjob war, aber S3 hatten sie, meine ich, Zeit, die sie gebraucht haben. Vielen Dank. Drittisch könnte ich da was hinschicken, aber ich baue da jetzt nicht noch eine ganze Infrastruktur auf. Die Kampfkraft kriege ich jetzt aber auch nicht mehr groß. Ab jetzt läuft es drauf hinaus, dass es L3er werden müssen. Musik 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 Kann da überhaupt irgendwas mit Schiffen interagieren, was Damage angeht? Musik Kriegsmaschinen Nein, okay. Ja gut, dann sind meine Schiffe ja auch nicht in Gefahr. Ich hoffe, die Ägypter stört das bestimmt nicht, wenn wir hier ein bisschen chillen. Musik Wollen wir doch noch ein anderes Schiff. Musik 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 ein bisschen Gold. Ich glaube, es macht mehr Sinn, von hier oben anzugreifen. Hier können wir besser landen. FFWD! Du bist jetzt einfach schon 31 Monate. Ja, mein Gedanke war, dass wenn wir hier die Türme kriegen, dass wir dann einfach sein Land geteilt haben und dann einfach nichts mehr funktionieren würde. Hier ist ein Goldlager. Also das bietet sich natürlich an. Kriegen wir direkt noch ein bisschen Kampfkraft dazu. So, die werden das bestimmt jetzt gar nicht unbewacht lassen. Weil das macht man ja bei seinen Schätzen, wenn man sieht, dass da sieben Schiffe voller Soldaten stehen. Also er produziert tatsächlich. Das sollten wir nicht mehr zu lange tolerieren. 78% Kampfkraft, das muss es tun. so, wir müssen unbedingt diesen... So, das gibt uns auch mal 3% Kampfkraft dazu. Wir müssen diesen Turm abreißen. So. Dann kriegen sie nämlich das Gold jetzt auch nicht zurück. Das wirft ihr ein gutes Stück zurück mit ihrem Ziel. Und wie bei mir ist es, das wir so für euch in die wie geht es dir? Und wie solltet ihr das? Ich liebe es, wie geht's es? Denn ich kann nicht mehr Aber wenn wir uns und wie vorst, wie am lieb, wie geht es? Und wie ist es, dann kommt es für dich. Und wie ist es. Und wie es ist, wir können sie nicht, wie ist es? Hatte ich wohl nicht noch ein Handelsschiff? Super, der claimt natürlich jetzt beide. Da. Aber entscheide ich wenigstens für ein Schiff. Du kannst doch nicht beide claimen. Vor allem, er hat keine Aufträge mehr. So, jetzt. Nein! Schön weit weg, bitte. So. L3. 86% Kampfkraft. Aber was könnt ihr eigentlich? Warum können diese Schiffe nicht einfach umeinander herumfahren? Untertitelung. BR 2018 So. Sollte das ja jetzt hin und her gehen. Ja, erobert das zurück. Sollte das zurück. Ja, wie lange könnt ihr bitte brauchen dafür? Ich wollte mich lieber nicht rausfinden, ob er mit den Goldbaren jetzt die Bedingungen erfüllt. Ich kann es immer noch nicht abreißen. Jetzt. So, jetzt haben wir einen Landepunkt. So, jetzt haben wir einen Landepunkt. Das ist die Kampagne. Ja, rüberkampagne Mission 6. So, jetzt haben wir einen Landepunkt. So, jetzt haben wir einen Landepunkt. Gibt es da, wo du sagen würdest, dass S3 besser ist als S4? Hier ist einiges. Soldaten-Upgrades sind wesentlich besser gelöst. Generell Schwerindustrie. Einige Zauber sind definitiv besser. So, jetzt haben wir einen Landepunkt. So, jetzt haben wir einen Landepunkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo wollt ihr hin? Geht auf mein Land, wo ich mit voller Kampfkraft kämpfe. So gewinnt ihr bestimmt. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass Siedler-3 tatsächlich einen Attack-Move-Command hat. Also das, was bei Siedler-4 Standard ist. Siedler-4 Standard ist. Gäbe es eigentlich die Situation in der Mission S3, wo es sich lohnen würde, einen Katapult zu bauen? Ich glaube, eine Amazonen-Mission basiert so ziemlich darauf, dass du mit einem Gong rumfährst und alles zerstörst. Untertitelung des ZDF, 2020 Moin Kronaut da so eine gold schmelze ich glaube das dürfte könnte das einzige gold lager gewesen sein was sie hatten es 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 ist okay da hat er noch ein bisschen gold gehabt aber ich glaube wir waren nicht in gefahr zu verlieren boah die chins sind gerade ganz schön am poltern das die ihre ihre in 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 Musik Okay, ja, also er hatte jetzt nach über einer Stunde gerade mal die Hälfte vielleicht vom Ziel. So, und was haben wir hier gemacht? Nichts. Die Insel ist gleich geblieben, hat aber angeblich keine Rohstoffe mehr. Die Inseln hier haben sich einfach verbunden mit einem riesigen Berg plötzlich. Ich liebe es einfach, wenn man merkt auch bei manchen Siedler-4-Karten von der Dunkeln-Voll-Kampagne, dass es soll die gleiche Region sein, aber die Karte verändert sich schon sehr krass. Also vergleicht mal Mission CD1, Römer-Kampagne Mission 1 mit dem Finale der Dunkeln-Voll-Kampagne. Also da kann mir keiner erzählen, dass nicht die Karte wiederverwendet und bearbeitet wurde und hat die Positionen von den Spielern getauscht wurden. Machst du die Nacht durch? Ja gut, zwei Missionen liegen noch vor uns. Manchmal funktioniert die Übergabe irgendwie nicht so gut zur nächsten Mission. Ähm, vor allem es ist bei Schwierigkeiten leider, das ist so seltsam. So, da ist eine Bedrohung und hier Wir müssen nur hier zerstören. Ist da eine Verbindung oder nicht? Hm, ihr seht den Cursor nicht. Die Karte stimmt glaube ich so gar nicht. Uff. Das stimmt mich jetzt aber nicht gerade froh. Boah, wir müssen hier aufräumen. Sind noch mehr Geologen hier. So, bevor mir hier gleich böse Überraschungen passieren. Wir haben keine Startnahrung. Da fahren wir sehr viele angeln. Und wir haben generell sehr viele, äh, sehr viel zum Nahrungsproduktion. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gibt es hier irgendwo ein besseres Kohlevorkommen? 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 Das ist ja total praktisch! Gibt es hier irgendwo ein besseres Kohlevorkommen? Warte, hier ist gar nichts Er braucht eine Axt Na gut, dann wird halt irgendwo mal ein Holzfäller wandern müssen Da kommt noch ein Holz Das dürfte auch auf dem Weg sein So, ihr macht mal bitte hier eine Verbindung Okay, wir sind gar nicht so bedroht Also die Karte stimmt nicht Aber das ist zu unserem Vorteil So, dann bauen wir Eine Eisenerzmine Eine Eisenerzmine So, wir brauchen zwei Kohleminen Musik 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 Jetzt haben wir vier Steinbrüche. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich muss mal ganz kurz nach den Chins sehen, weil die poltern gerade ziemlich viel. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. 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 Ich habe ihnen jetzt noch mal ein bisschen Futter gegeben. Nein, die Werkzeugschmiede kann hier nicht hin. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. So, Warentransport, Verteilung. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. So, wo ist mein Geologe hin? Ich muss mal ganz kurz nachdenken. So, das läuft alles an. Also hier hat man nochmal wirklich Platz zum Bauen. Das ist wirklich angenehm. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. 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 Okay, so ist der erste Wein entstanden. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Ich muss mal ganz kurz nachdenken. – Ah! So, hab ich irgendwo ein Haus in Auftrag? Ja, ein großes. Stimmt, dass es hier. Das war's für heute. So, dann läuft das Mana gleich auch an. War das alles? Ihr solltet vielleicht mal eure Truppen erst sammeln, bevor ihr angehalten seid. Das war's für heute. So, ich werde mal kurz nach den Tieren schauen, dass ich das jetzt abblocke, weil ich höre sie die ganze Zeit. Das war's für heute. Das war's für heute. So, Etagen sind getrennt. Hallo? Töte ihn. 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 Marktplatz soll dann aber auch irgendwo sein, wo er nicht im Weg ist, oh ne, Eselzucht. Als wenn das einmal läuft, dann kann man halt richtig schnell Gebäude hochziehen. Schlafen die schon? Ne, die sind nachtaktiv. Die werden jetzt erst richtig aktiv. Das Ding ist, dass die, äh, dass zwei von ihnen immer noch nicht ihren vollen Käfig wieder haben. Und Schinchillas werden halt auch nochmal verunsichert, das haben wir erst die Tage wieder festgestellt, wenn du zu schnell Sachen am Käfig veränderst, weil die navigieren ihre Umgebung in der Regel blind. Und dann haben wir das die Tage festgestellt, dass, äh, wir haben aufgemacht und wir haben die neue Hängematte, wo einer unserer beiden total gerne drin liegt, direkt nach oben verschoben, damit unten mehr Platz ist. Und der Bub war danach so verschüchtert, er ist ständig vor seinem Partner weggelaufen, obwohl eigentlich nichts war. Und vor allem hat er auch Fell abgeworfen, was die Tiere halt machen, wenn sie sich in Gefahr sehen. Und das hat sofort aufgehört, nachdem wir, äh, das wieder rückgängig gemacht haben. Sind schon sehr komplexe Tiere, aber man blickt das nicht immer da. So, wir haben L2. 1. 2. 3. 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Huch, ich habe zwei Kasernen. Das fällt mir jetzt erst auf. Oh, ich glaube, ich habe die erst hier gebaut und dann habe ich... Okay. Das ist natürlich sehr smart. Mensch, jetzt macht er mir auch noch hier meine schönen Fischer und Aussichtstürme streitig. Wir wollen ja was sehen auf unserem Gebiet. Ah, ich habe keine Chance. Ich hab die Bohr-All-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor-Motor. Ja, ich habe eine Aufmerksamkeit. Ach, die Schlachterei hat gar keine Axt. Das ist auch smart. Wir fahren jetzt, wo es anfängt am Eisen zu scheitern. Ich will diesen Turm weg haben. Wo hat er sie hingeportet? Okay, das war nicht so smart von mir. Aber wo hat er die jetzt hingeportet? Super, und hier kriege ich sie nicht weg. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Hübsch, Schwert gehen wir. Ja, das ist wirklich was die machen. Es ist halt auch nervig, dass die Bogenschützen einfach über die Grenze schießen. Kann ich das Spiel jetzt bitte mal entscheiden, ob Eisen oder Kohle fehlen soll? Jetzt fehlt für zwei Minen eine Spitzhacke. Ja. 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 Okay, das war jetzt sehr knapp. Du findest keine Steine mehr. Ich find's cool, wie die Bogenschützen teilweise ihre Pfeile schon im Anschlag lassen, weil halt nur die Animation freest. Hast du schon wieder den Kühler vergrissen? Hast du schon wieder den Kühler vergrissen? Macht wahrscheinlich sogar irgendwo Sinn, einen zu haben. Ja. 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 jemand da du schlachtest doch jetzt bringt bitte die schweine dahin so ellen drei bogen schützen ich hab nur eine wattenschmiede gebaut also das ist einfach was ist das für ein angriffsverhalten bitte wenn es jetzt noch irgendwie eine xp-mechanik gäbe dann würde uns der gegner hier gerade kills fienden supreme commander ist sowas fatal also abgesehen von der rohstoffverschwendung du findest für große gebäude aber auch einfach keine grünen baupunkte so hier wird nichts mehr benötigt örtliche aufwertung funktioniert aber auch nicht so gut wie sie soll ja die haben hier wege gemacht super dann dauert das noch ein bisschen und ein bogen schützen brauchen wir noch die passen nach fleisch aus wolf aufs aber ohne die ja gut es ist fleisch wolf also der kann ja auch ohne dieb entstehen und die pios benötigen wir auch nicht mehr jetzt brauchen wir wieder zwei hammer ach stimmt die s3 kühlerei nimmt ja auch bretter das ist auch ein seltsamer anblick komm wir haben sogar mal platz da kann man sogar mal ein paar lager bauen einfach nur zum flexen das ist auch ein bisschen Du findest keine Bäume mehr, du auch nicht, du auch nicht. Diese Mine fördert nichts mehr. Okay, du hast auch eine scheiß Erfolgsquote, muss man mal echt sagen. Dafür, dass angeblich alles voll ist hier mit Kohle. Ja gut, und das, je nichts fördert, ist klar, wenn sie keine, wenn es keine Spitzhacken gibt. Ist das Gold-Einlager nur optional? Äh, optional in dem Sinne, dass du dann halt keine Kampfkraft hast. Es muss nicht im Lager liegen, damit es zählt. Musik 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 So vom Gold her Können wir definitiv noch eine Goldschmelze durchbringen So, jetzt können wir auf Autorekrutierung gehen Und große Häuser spammen 90% Kampfkraft, das ist schon sehr gut Ganz ehrlich, wir sollen ihn besiegen Wenn das stimmt Oder vielleicht noch den Wozu müssen wir Also, wozu sind die Chinesen überhaupt auf der Karte Weil man hat einfach hier Drei große Türme, die nicht besetzt sind Also, wenn ich so viel Arbeit In den Cutscenes von Siedler 3 stecken würde Könnte man manchmal meinen Die Kampagne hätte Nicht so hohe Priorität gehabt War ja nur das Kernthema des Spiels Weil ganz ehrlich Wir haben eigentlich fast ausschließlich gegen die Ägypter gekämpft Ich denke, Mission 1 war Gegen Römer Mission 2 war gegen Römer Mission 3 war Lass mich nicht lügen Das war Mission 3 gewesen Wenn Mission 5 war gegen die Chinesen Das stimmt Aber Na gut, eine Mission kommt ja auch noch Ägypter und Römer Genau, das war mit den Piraten Ja, das war mit den Piraten Huch, er hat meine Säule Dart teleportiert. Warum haben die Chinesen hier einen Edelstein vorkommen bekommen? Das ist total unnötig. Okay, er hat zwei Siedlungen, stimmt. So, aber damit haben wir ihn schon gut zurückgedrängt. Das ist halt sehr schmal hier. Aber hier ist Gold. Da haben wir sogar noch ein paar Edelsteine. Hä? Also er will sogar nicht mal, dass wir Gelb komplett besiegen. Es geht nur um diesen Teil hier. Das ist ein bisschen antiklimaktisch, ehrlich gesagt. Blau ist nicht mal auf einer Insel mit uns. Blau kommt nicht mal zu uns. Hier, hier ist... Wozu ist Blau hier? Also irgendwie, das Kartendesign von Siedler 3 ist für mich noch so ein bisschen so ein Enigma. Gut, okay, die Ägypten... Was müssen die Ägypten da für Kampfkraft gehabt haben? Die haben drei Lager voll mit Edel... Vier Lager voll mit Edelstein. Ey, hier geht's ja mal richtig ab. Fünf, sechs Lager... Sehen wir das jetzt? Wie viel Kampfkraft hatten die bitte? Das zählt ja doppelt für die. Ähm... Ne, Kampfkraft sehen wir nicht, ne? Aber wir sehen, wie viel Gold die haben. Also, sind Edelsteine hier schon reingerechnet? Ich denke mal, ne? Weil Gold haben wir keins gesehen. Also, das kann man ja ausrechnen, wie viel... Wie viel Kampfkraft er dann gehabt haben muss. Wir stehen dicht vor dem Sieg. Zumindest haben wir zu Tang dazu gebracht, sein wahres Gesicht zu zeigen. Er hat Ramadamses hinweggefegt und dessen letztes Refugium im Handstreich genommen. Das macht die Lage übersichtlicher. Wenn auch nicht einfacher. Wir haben es zwar nur noch mit einem Gegner zu tun. Dafür ist der umso entschlossener. So, dafür haben wir jetzt... Fangen wir jetzt im Grunde genommen wieder von vorne an. Auch wenn wir jetzt hier das alles haben. So, Landenge. Die Karte hier stimmt auch nicht. Also, ja, wir sollen das hier halten. Genau das werden wir auch tun. Aber jetzt müssen wir halt den ganzen Shit wieder neu aufbauen. Okay, nicht alles. Sehr gut. Sehr gut. Sogar ein bisschen was ist da geblieben. Ich bin entzückt. Hier oben hat er diesmal gebaut. Damit kann ich auch leben. Wie sieht es siedlertechnisch aus? Ich glaube, siedlertechnisch sollte ich halt ein bisschen zulegen. So, mach die bitte Attack-Move. Ich finde es auch lustig, dass wir als Staatssoldaten irgendwie grundsätzlich Schwertkämpfer. Und wir haben dementsprechend nichts, um unsere Türme zu besetzen. Wo will der hin? Wo will der hin? Wo direkt am eigenen Hüchbewerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbbeywerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerbwerb Wow, das hat ihm ja viel gebracht. So, wir haben eine Waffenschmiede, wir haben keine Werkzeugschmiede. So, und da Bauland ja auch kein Thema ist. Machen wir mal richtig größenwahnsinnig, Mana. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dafür, dass jetzt hier kein einziger Siedler mehr steht, das suggeriert schon mal, dass wir zu wenig Siedler haben. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die Kampagnen werden halt wirklich zum Ende hin besser. Ich hoffe nur, dass die anderen vielleicht auch ein bisschen einen schöneren Start haben. Und vor allem habe ich auch gespannt, ob die Missions-CD-Karten, also wie die designt sind. Also wenn wenigstens die gut designt sind, dann, ich meine, das ist ja der einzige Inhalt gewesen. Also plus Karten-Editor. Auf der anderen Seite waren die Siedler-4-Missions-CDs auch nicht unbedingt. Also da hast du halt auch gemerkt, welche Karten am Anfang gemacht wurden, wo sie noch Zeit hatten und welche Karten halt zum Schluss kamen. Wo sie halt irgendwie noch was auf die CD packen mussten. Man muss leider sagen, bei der ersten Missions-CD von S4 trifft diese Beschreibung auf zwei Drittel des Inhalts zu. Also da wirklich gut war da eigentlich nur die Römer-Kampagne. Oder zumindest gut im Sinne von, es fühlte sich nicht an, als wäre es nicht zu Ende gebaut worden. . Untertitelung. BR 2018 So, irgendwo haben wir noch die Eselzucht. Hier, da stört sie nicht. Jetzt brauchen unbedingt erst die Siedler. Hier, da stört sie nicht. Hier, da stört sie nicht. So, alles ist auf dem Weg. Bauarbeiter sind alle vor Ort. Okay, so viele Siedler haben gar nicht gefehlt. Okay, so viele Siedler haben gar nicht gefehlt. Das ist 34 und 37 Planierer und Bauarbeiter. Das ist echt viel. Musik 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 Auch Klassiker. Schlachterei wird fertig, bevor die Schweinefarm fertig ist. Geschweige denn irgendeiner Schweine produziert hat. Musik 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 Da blicke ich nicht, wo er pflanzen kann und wo nicht. Weil das sieht nicht besonders weinfreundlich aus. Musik 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 Ah, das hier darf gerne ein bisschen schneller gehen. Musik 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 Okay, ja, wir hatten gerade Siedlermangel des Todes. Wenn ein halbes großes Haus rauskommt und einfach komplett erstmal Aufgaben übernimmt, dann war das schon schlimm. Oh, ich glaube, sie haben meine Blockade weggemacht. Also die Chins, nicht die Asiaten. Okay, nein, jetzt ist es der andere Käpt'n, der eskaliert. Aber bei den beiden weiß ich zumindest, dass da nichts passiert. Ähm, wie viele Spitzhacken haben wir? Okay, für die Menge an Minen, die wir gebaut haben, ist das sogar noch ziemlich gut. Sollte und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, nächstes Haus Das hier muss auch nicht mehr versorgt werden So, nächstes Haus So, ein paar L2er Ansonsten heißt es ja im Grunde genommen jetzt warten, bis wir L3 haben Okay, Holzlager ist voll Ihr dürft Ich hab's nicht eingestellt Ich wundere mich schon, warum Das nicht läuft Äh, Lazarett 50 Minuten und es ist noch nichts passiert Also soll ich mich jetzt bedroht fühlen? Das war's für heute. So, ich brauche mehr Kohle. Ist da noch irgendwas sinnvolles? Wow, Schwefel. Mensch, da freue ich mich aber. Wobei, gut, es macht Sinn, wenn die Karte in allen drei Finalmissionen gleich ist. Und dann hier dann vielleicht als Asiaten spielt, dann würde es Sinn ergeben. Weiß nicht, ob die Asiaten vielleicht die Römer als erstes besiegen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall auch noch zusätzliches Gold. Also, Schömi hat versucht, mich hier in Angriffe reinzubeten. Aber, das passiert nicht. Ich will mal gerade was ausprobieren. Wir können ja Wüste begrünen. Das heißt, hier müsste er jetzt ja eigentlich... Ja, jetzt kann er hier arbeiten. Funxiert das auch bei Wein? Ja, tut es. Nice. Okay, ich sehe, wir produzieren Eisen über. Das heißt, das können wir auch noch umwandeln. Das wäre theoretisch effizienter, es in mehr Waffen zu verwandeln. Aber, ja, mehr Kampfkampf, das ist auch gut. Okay. Okay. Ich muss gestehen, Eisen zu Gold wäre schon ein cooler Zauber für S4. Meine Majas haben auch Holz zu Gold, aber das ist irgendwie... Holz ist halt eigentlich so günstig. Das ist ja auch für die Majas schon fast ein Abfallprodukt. Das ist ja auch für die Majas. So, Position halten. Und ihr suicide-et mal schön eure Truppen hier rein, ne? Das ist ja auch für die Majas-Tag. hoch das gold ragt schon raus und das ist vollgelaufen mit spieren so jetzt geht aber auch autorekrutierung wir brauchen mal kurz ein paar fios also position halten habe ich das gefühl funktioniert nicht die sind doch bestimmt jetzt alle gesucht seidet bleibt ihr gefälligst hier so 98 prozent let's do this so 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 war das alles nicht sehr bedrohlich und die k.i. hat hier ja eine wirtschaft also so ist es ja nicht aber sie produziert halt auch nichts ich glaube sie wertet nicht mal ihre truppen auf wie gesagt das ist auch normal also ist jetzt nicht easy mode es geht noch schlimmer so 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 groß. An diesem Punkt können wir jetzt aber auch sagen, nur noch Waffen bitte. Dann noch Schwerter. Wir müssen auch noch in Häuser investieren. Ich traue meinen Augen nicht, L2-Truppen. Also es müsste L2 sein. Ich meine, bei den Asiaten hätten bei L2 schon so ausladenden Kopfschmuck. Hier haltet es aber auch nicht für nötig, irgendwie was zu machen. Aber man kann ja auch nirgendwo seine Truppen sammeln, ohne dass hier irgendwelche Kämpfe rein zu es seien. Ich muss mal gucken, dass ich das in Zeta für das nächste Mal einstelle, dass dass ich grundsätzlich Attack-Move mache und ich das extra machen muss. Ich bin total auf der Rückseite. Ich bin total für die Abwurzate. Ich bin total in der Aufwurzate. Ich bin total aufwurzate. Also, ihr nicht nur aufwurzate. Und aufwurzate. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Er hat ja sogar mal Gold. Aber bestimmt nicht selber produziert. Das ist auch ein Nachteil an dem Gold-basierten Kampfkraftsystem. Die KI kann damit einfach nicht so gut umgehen, weil sie halt nicht die unbegrenzten Lager benutzt. Und das ist besser der Geist. Und weil sie eine große Stille im Land schützt haben, Und weil er das muss sein, die hüte Hüte mehr im Landzeit. Das war's für heute. Das müsste der letzte gewesen sein, ne? Mensch, das war's. Also ich kann verstehen, wieso die Community von Siddler 3 und Siddler 4 so unterschiedlich ist. Weil Siddler 3 ist definitiv kein Single-Player-Kampagnen-Spiel. To be fair, das ist natürlich jetzt nur Hauptspiel und vor allem ist die Römer-Kampagne auch, also die wird auch als die leichteste beworben. Ich weiß halt nur nicht, ob sie halt wirklich die Kampagnen-Mission dann auch für Asiaten und Ägypter schwieriger gemacht haben. Oder sie einfach nur sagen, die Völker an sich sind schwieriger. Kann gut sein. Wie gesagt, jetzt zum Ende hin war es wirklich mal wenigstens angenehm zu spielen, aber... Das Spiel kann mir halt nicht erzählen, dass ich verlieren kann und dann macht die KI halt gar keinen Schritt dahin, mich zu schlagen. Letzte Ägypter-Mission ist unnormal schwer. Ich bin gespannt, ich glaube, sind es Ägypter oder... Ne, sind die als schwer beschrieben werden vom Spiel, weil das können wir ja gerade sehen. Komm hier, Gold. 128. Hier, 564 einfach. Wenn wir gerade mal schauen. Kampagne, hier. Römer ist für Einsteiger, Ägypter ist für Profis. Also, dann... Das klingt ja schon mal, als wären... Als würden sie wenigstens da wort. Aber die Römer waren ja wirklich wirklich... Ich weiß nicht. Ja, mega easy. Anyway, das war's für heute. Ich danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.